Herr Kurt, bitte an Kasse 1, Herr Kurt, bitte. Ich hoffe, die Aufnahme läuft wenigstens schon. Ja, bei mir schon. Damit wir diesen großartigen Witz drin haben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu... Ich hab vergessen, wie viel? 169? Ja, genau, 169. 169. Folge vom StoneWars.de-Legionews-Podcast. Lass uns kurz das Intro-Spiel, danach können wir deinen dummen Gag besprechen. Oh, Moment. Oh, ich bin ja für dich hier. Da. Bitte auflegen. Sie können jetzt auch an Kasse 1 auflegen. Ja, Rick, wir haben verstanden. Also, ja, nee, die Zura haben nicht verstanden. Warum, Rick? Was ist denn heute anders? Warum hast du das Gefühl, du musstest einen Kassen-Gag machen? Ja, weil es so aussieht, als hättest du dir eine Kasse aus dem Discounter hingestellt und würdest jetzt auf dem Laufband davon laufen? Das ist auch exakt ungefähr so, kann man es sagen. Es ist eine Discounterkasse. So wie im Aldi, die nur so einen halben Meter lang ist, gefühlt. Ja, ich hab tatsächlich... I'm one of these persons now. Genau. Ähm, ich hab ein Laufband unter meinem Schreibtisch. Ähm, weil... Oh Gott, oh Gott. Ist mir schon sehr unangenehm. Also, Hintergrund ist, dass ich ja momentan versuche, mich irgendwie mehr zu bewegen. Und es gibt halt so Bürotage, wo ich... Äh, also ich geh ja nicht jeden Tag in Sport sonst. Und ich wollte irgendwie trotzdem gerne meine Schritte vollkriegen. Und ich hab ja schon lange so einen Stehschreibtisch und dachte, ja, dann bewegst du dich bestimmt mehr und stehst du ganz oft auf. Das stimmt auch, aber... Oder ich stehe zumindest lang. Aber das Problem ist, ich stehe dann so... Naja, so wie ein Stehschreibtisch dann auch nichts bringt. Stell mich einmal hin und dann stehe ich dann eine halbe Stunde unbeweglich und tippe irgendwas vor mich hin und merke dann, ah, jetzt ist auch nicht gut. Im besten Fall noch mit gekrümmten Rücken aufgestützt. Genau, exakt so. Und, ähm, dann hab ich, ähm, ja, hab ich mich influencen lassen. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, also, dass mir das so bewusst aufgefallen ist, dass ich gedacht hab, oh, da wurde ich geinfluenced. Und zwar hab ich, ähm, wo das, glaub ich, gar nicht beabsichtigt war, äh, ich hab ein Video von Rezo gesehen. Der hat doch hier so ein clickbaitiges Video gemacht mit hier, äh, 90 Tage Sport und, äh, Vorher-Nachher-Bild und so. Mhm. Und, ähm, der hat erzählt, dass er sich so ein Laufband gekauft hat. Und hab ich gedacht, wenn jemand so cool ist wie Rezo, mit so coolen blauen Haaren, das kann, dann, ähm, kann ich, äh, alter, langweiliger Mensch das auch und stell mir einfach so ein billiges Laufband unter den Schreibtisch, das auch zum Joggen nicht taugt, sondern einfach nur so zum langsam Laufen. Also ich, das steht jetzt gerade auf 3 kmh. Und, ähm, ich hab jetzt einfach mal geguckt, wie ist das wohl? Kann man's schaffen, äh, so einen Podcast aufzunehmen? Ähm, ist das nervig für mich? Ist das nervig für dich? Ist das nervig für die Zuhörer? Leidet die Audioqualität? Weil ich muss jetzt ja immer versuchen, äh, gleich nah am Mikrofon zu bleiben. Äh, aber eigentlich sollte das klappen. Und, ähm, ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen mehr außer Atem im Laufe des Podcasts. Kann mich nicht mehr so ganz aufs Sprechen konzentrieren, sondern muss zwischendurch auch mal ein bisschen Luft holen. Ähm, aber wir probieren das mal. Es sieht auf jeden Fall ganz toll aus, als würdest du irgendwie mir näher kommen. Ähm, ja, ich, also ich versuch's ja nicht, aber das Laufband ist, das, das Laufband ist zu schnell. Ich laufe in deine Richtung die ganze Zeit. Ich, ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich hab das jetzt, ähm, wann ist, kam, also es kam letzten Freitag, glaube ich, an. Ähm, da hatte ich's nur noch geschafft, ganz kurz einmal aufzubauen. Dann war aber auch schon Feierabend, beziehungsweise ich musste halt weg. Jetzt hatte ich's Montag und Dienstag da. Ähm, und find das auch, also ich hab's extrem viel genutzt, finde ich. Also jeden Tag über eine Stunde auf jeden Fall. Ähm, das find ich schon ordentlich. Ähm, mein Problem ist, ich bin ja zeitgleich auch so ein Sklave meiner Technik. Ähm, also sprich, ich hab, ich hab ne Apple Watch und ich mag, wenn die meine Aktivität zählt und meine Schritte so zählt. Mhm. Andererseits fühl ich mich auch dumm, das als Training zu starten auf der Apple Watch, weil es ist ja eher so ein, ich bewege mich ein bisschen. Ich will ja nicht wirklich trainieren hier. Ähm, und wenn ich dann hier die, die Hände auf dem Schreibtisch habe und tippe, dann wird das null als Bewegung gezählt. Dann, glaub ich, denkt die Apple Watch einfach nur, äh, der Dude, der da gerade sitzt, der hat aber einen verdammt hohen Ruhepuls. Weil es, die Uhr wird ja kein Stück bewegt, wenn ich halt tippe, ne? Weil dann bin ich ja einfach nur, hab ich die Hände auf dem Schreibtisch und untenrum lauf ich aber. Ähm, deswegen jetzt beim Podcast ist es ein bisschen besser, jetzt kann ich die Arme so ein bisschen, untenrum lauf ich ja. Direkt schon einen guten, guten Titel kann ich haben. Ja, wir hatten gerade erst was mit untenrum, von daher, äh, also. Untenrum lässt das laufen, ist jetzt auch, äh, nichts Neues. Ähm, ja, ich mach dich nur dir einfach mal. Wenn du dein, dein, äh, Smartphone, ähm, in deine Hosentasche steckst, weil die, das trackt ja dann wieder. Ja, das ist nämlich das, wo ich ein bisschen hin und her gerissen bin. Also ich, also irgendwie werden die Schritte nicht ganz abgeglichen. Also ja, ich kann mein Schwarzfot in die Hosentasche tun, das trackt er. Ähm, aber am Ende des Tages hab ich trotzdem das Gefühl, die Schritte wurden jetzt nicht alle, ähm, gezählt. Und gerade auch so die, ja, der Aktivitätsbalken bei der Apple Watch ist dann, hat sich nicht so viel getan. Mhm. Das ist ein bisschen doof, aber jetzt beim Podcast wird's auf jeden Fall gehen. Ähm, ich glaube, Livestream werde ich so nicht schaffen, weil das sieht wirklich sehr befremdlich aus, wie ich hier die ganze Zeit so hin und her wackele. La, la, la. Naja, aber, ähm, ich bin, Also der Unterhaltungstaktor ist extrem hoch, wenn du das, äh, im Livestream machen würdest. Apropos Livestream, äh, mir wurde gestern gesagt, hier, äh, man müsste dem Livestream fremdgehen, weil er nicht stattfand. Was ist denn da los? Ja, sollen wir jetzt die ganze Therapiestunde schon nach vorne ziehen? Nö, wir, wir, go with the flow. Ja, äh, ja, gut, was soll ich sagen? Ähm, ja, wir hatten, wir hatten einen kleinen Krankheitsfall. Ähm, also, also Jonas hat sich gestern einfach nicht gut gefühlt und wir haben dann gesagt, bevor er sich jetzt, äh, da, da hinquält und, ähm, da irgendwie sich verausgabt, sag ich mal, weil das ist schon anstrengend, dann auch dann da zu sitzen und irgendwie zu performen, in Anführungsstrichen, und zu quatschen. Und, ähm, dann soll er lieber wieder direkt fit werden und das nicht irgendwie verschleppen. Und dann haben wir, obwohl es war halt doof, war schade, dass wir es vorher schon angekündigt hatten, dass es stattfindet. Ähm, aber wir haben dann trotzdem gedacht, es ist besser, das dann irgendwie spontan abzusagen, beziehungsweise zu, ja, letztlich ist es ein Absagen, weil nächste Woche hätte es ja auch so oder so stattgefunden. Jetzt ist halt erst nächste Woche der, der Stream. Ähm, aber das wird bestimmt dann nächste Woche schön und, äh, wie sagt man so, willst du gelten, mach dich selten, ne? Also, das machen wir auch. Ich, ich hab ja auch selber schon mal, ähm, äh, eine Aushilfsfolge im Livestream gemacht und tatsächlich, ähm, hab ich kurz drüber nachgedacht, ob ich das schaffe, aber dann hätte ich diesen Podcast heute nicht gepackt. Ähm, weil ich selber mehr als angeschlagen bin und wirklich, es mir momentan richtig dreckig geht durch die Hitze. Äh, die, die, die Themen gehen aber hier, äh, durch wie nix. Ähm, ja, also, kurz dazu zur Antwort, wir haben kurz überlegt, versuchen wir eine Aushilfe, sag ich mal, zu finden. Ähm, finden wir jemanden, der einspringen kann. Das Problem ist, aktuell ist der Livestream so aufgebaut, dass die, dass die komplette Technik bei Jonas zusammenläuft. Ja, ja. Ähm, der hätte also zumindest irgendwie das, einmal das Setup einstellen müssen, dann hätten wir es selber auch bedienen können, aber, ähm, weil wir nicht so ein ganz einfaches, ähm, äh, Livestreaming-Tool benutzen, sondern ein bisschen was Eigenes gebaut haben. Und das läuft alles bei Jonas zusammen, das heißt, ich bin sehr leicht zu ersetzen, Jonas nicht so leicht. Deswegen, ähm, haben wir dann gestern beschlossen, bevor wir jetzt noch ein ganz neues Setup irgendwie aufbauen, das war so schnell einfach nicht drin und dann lassen wir es einfach für diese Woche sein und sind nächste Woche wieder da. Ja. Ja, äh, wenn, wenn man, äh, nicht da ist, dann, ähm, kann man Kommentare lesen. Ja. Voll die geile Übergang. Voll der geile Übergang. Ähm, wenn ihr Kommentare schreiben möchtet, ähm, zu diesem Podcast, dann könnt ihr immer kommentieren und mittelskritieren unter htdps-doppel-doppel-slash-stnw.rs slash Folge 169 oder ihr geht auf stonewars.de slash Podcast oder ihr geht auf stonewars.de sucht euch über die Medien, äh, den Podcast auch, ähm, in der, ähm, wie heißt das nochmal? Navigationsleiste? Ja, oder Menüleiste. Ähm, äh, den, den Punkt, äh, Medien raus und dann findet ihr auch den Podcast. Äh, und ansonsten schreibt ihr Kommentare vielleicht auch auf YouTube, so wie das Weckwax gemacht hat. Der schrobt nämlich, es gibt nichts Besseres, als euren Podcast zu hören und dabei 45 Kilo Lego sortieren. Jetzt muss ich mir überlegen, 45 Kilo, da ist man schon ein bisschen dran, da reicht eine Folge nicht. Also, ich glaube, da muss der schon eher alle 169 Folgen hören. Na, nicht ganz, aber es kommt drauf an, wie man es sortiert, ne? Also, wie kleinteilig das ist und wie bunt gemischt das vorher war. Also, ich habe mal einen Livestream gesehen auf YouTube von, äh, jemandem der Kontingente, aufgekauft hat für einen Bricklink-Store und bei dem ging das echt rasant schnell. Also wirklich, der hatte da so ein System sich zusammengefriemelt mit so Kisten und, ähm, also, so, so, so Laden, würde ich fast eher sagen. Und das ging unfassbar schnell bei dem, wie der das sortiert hat. ähm, und auch wirklich sehr korrekt. Also, das war, das war, also, ich war davon schon sehr, gut, er hat trotzdem acht Stunden gestreamt. Ähm, äh, war wohl so sein Arbeitstag und ich weiß nicht, wie viele Kilo das waren, aber, ähm, es war eine gigantische Menge, die er dann sortiert hatte in viele, 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 viele Schütten. Ja gut, okay, wenn das dann ein Job ist, dann irgendwann perfektioniert man das natürlich auch. Ja, unter dem Beitrag, äh, haben wir ja immer das Phänomen des Top-Kommentars, also der Kommentar, der am meisten Daumen hoch bei uns im Kommentarsystem bekommen hat. Der kommt diese Woche von Captain Brickpool und der schrieb, Lukas seinem Vorschlag, den Podcast in eine weitere Show aufzuteilen, möchte ich mit einem Zitat entgegenwirken. Das Zitat stammt von einem Gentleman, der es geschafft hat, mit diesem Satz seine Gegner verstummen zu lassen. Es lautet Das bleibt alles so, wie es hier ist und da wird sich hier nichts dran rütteln. Andreas aus der Kultursendung Frauentausch. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich das Fenster hin noch auf, was sollen die Nachbarn denn denken? Captain Brickpool auch immer in große Freude, mag ich echt gerne den Typ. Ja, aber ist ja nicht der einzige Käpt'n bei uns in den Kommentaren. Wir haben ja noch einen Käpt'n. Bevor du da weiter drauf eingehst, Käpt'n Brickpool hatte vergangenen Samstag Geburtstag, deswegen auch immer hier im Podcast. Herzlichen Glückwunsch, du alter Sack. Alles Gute, alles Gute. Käpt'n Rotbart, den du schon erwähnt hast, der schrobb unter der Folge 76 vom 1. Juli 2020. Mein elfjähriger Sohn hört sich auch gerade alle Folgen nach und wollte einen Gruß aus der Zukunft an euch zurückschicken. Mosaike interessieren ihn immer noch nicht, Corona ist leider noch nicht vorbei und eine Pick-a-Brick-Wall wird erst in ein paar Tagen überhaupt, wird er erst das erste Mal und eine Pick-a-Brick-Wall wird er erst in ein paar Tagen überhaupt das erste Mal kennenlernen. Das Erste und Erste haben mich gerade irgendwie voll rausgeschmissen. Alles gut. Lieben Gruß zurück in die Zukunft an den elfjährigen Sohn von Käpt'n Rotbart. Darf der das überhaupt hören? Ist das hier ähm Das müssen Eltern selber entscheiden. Ich Ich versuche mich ja immer schon zu benomen. Die Verantwortung können wir nicht tragen. Benomen. Ich versuche mich immer zu benomen. Benomen ist Omen. Ja, du bist benomen. Stuhl. Tisch. Ja, wenn man dieses typische Gib mir Tiernamen, wenn man das einfach ein bisschen generalisierter sagt, sagt Benome mich. Ist egal, was für Nomen, ob du mich jetzt Tisch nennst oder Katze oder Benome mich kannst du jetzt schon mal notieren. Wirklich. Oh Mann. Naja. Ja, was haben wir denn noch für Ich gehe mal direkt weiter auf Matthias. Ja, Matthias, genau. Ilmattel. Ja, soll ich gerade vorlesen? Ja, Ich habe immer das Gefühl, du bist außer Atem, weil du so gehst. Ja, so. Matthias, schreib mir die Kommentare. Von eurem Engagement kann sich der eine oder andere auf Eis gelegte Podcaster eine Scheibe abschneiden. Hier wird nicht gejammert, weil man eine Woche einen Laden aufmacht und am Samstag noch über den Flohmarkt schlendert. Hier wird rangeklotzt. Für die Quote, die Fans und das Entertainment an sich danke euch. Peace Smiley, Hitze Smiley, Bizeps Anspann Smiley. Ja, vielen Dank. Matthias, aka Ilmattel. Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass es eventuell eine Sommerpause geben könnte irgendwann hier auch. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, da reden wir dann darüber, wenn es so weit ist. Ja, genau. Ich will nichts Ungemaltes an den Teufel malen oder so. Genau. Ja, es kam von William Blake noch ein ganz kurzes Feedback. Der schrieb nämlich, dass er öfter mal stmw.rs in den Browser eintippt und dass er eigene Shortlinks liebt. Vielen Dank dafür, ich liebe auch eigene Shortlinks. Ich liebe nur diesen einen. Also alle anderen sind mir eigentlich bis jetzt, die so mir im Leben begegnet sind, ziemlich egal gewesen. Aber den Stimbriss finde ich super. Jax, unser guter alter Freund Jax, auch schon lange in den Kommentaren dabei, ein gern gesehener Gast, möchte anmerken, dass er durch das Lego-Thema zu Stonewalls kam und im Podcast inzwischen keinen besonderen Wert mehr auf die Lego-News legt. Redet gerne über Kaffee, über die Egalität von Autos, über Umzüge und wegen mir auch über Hängematten. Die Hauptsache ist, dass Rick ein bisschen unkonventionell von der Leber weg aus dem Herzen spricht und Lukas ab und dann hinterher hechtet, um den Podcast wieder aufzuräumen. Ja, das Hinterherhechten hat jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich bin jetzt ja wirklich, ich hechte jetzt die ganze Zeit. bin auf dem Sprung hier, ich hechte auf das Mikrofon zu und versuche irgendwie den Rick, also dieses Außeratemsein vom Hinterherhechten, das haben wir jetzt im nächsten Podcast auch einfach wirklich in Realität. Naja. Ja, Flo hat noch einen Kommentar geschrieben. Bezüglich eurem fünf Jahre Stonewalls-Gewinnspiel hätte ich eine Frage. Wäre es möglich, dass ihr eine Top 3 oder 5 oder 10 der beliebtesten Sets der Lese erstellt? Natürlich, sofern das möglich ist und nicht zu viel Aufwand bedeutet, aber vielleicht habt ihr ja selber schon daran gedacht. Ja, wir haben tatsächlich selber schon daran gedacht. Das ist auch der Grund, warum wir sehr ausdrücklich darum gebeten haben, die Set-Nummer dazu zu schreiben beim Lieblingsset, einfach weil uns das die Auswertung ein bisschen erleichtert. Ich weiß nicht genau, wann wir das irgendwie raushauen, aber grundsätzlich haben wir das schon vor. Ich finde ja wieder sehr enttäuschend, wie viele dabei waren, die einfach die Vorschläge abgeschrieben haben. Muss ich ehrlich sagen, das finde ich enttäuschend. Aber das ist ein Problem, das ich persönlich habe. Ich gar nicht welche. Oh ja, ich habe schon einige gesehen. Also wirklich, ich habe ja zwei völlig absurde Sets genommen als Vorschlag. Warte mal auf die Auswertung ab. Wenn die Auswertung da ist, dann wird man das schon sehen. Also wirklich so Copy-Paste habe ich gesehen. Ja, ich schaue jetzt gerade mal. Das können wir live im Podcast machen, weil das geht ja tatsächlich, wenn einfach mal alle Kommentare geladen sind, kriege ich das ja mit STRG-F eigentlich ganz gut hin. Also nicht im Doku-Format von Funk, sondern naja. Mit dem Shortcut wollte er sagen. Okay, also ich habe, genau, also einer hat, ein Christian hat das kopiert, Lieblingsset 70828 Pop-Up Partybus. Und nochmal gucken, Ariels Märchenbuch. Nee, das nicht. Also Rick, das habe ich hiermit also ge- F-F-F-F-Factcheck. Einer hat das gemacht. Ich glaube dann Christian einfach mal, dass der Pop-Up Partybus sein Lieblingsset ist. Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht, weil der war immerhin überall mit 50% Rabatt zu haben. Der war schön farbenfroh. ich hätte das öfter gesehen, aber ich muss tatsächlich zu meiner Verteidigung sagen, ich war die letzten zwei Tage mehr oder weniger nicht ansprechbar und habe vieles nur über mich ergehen lassen was Zeit und ey, das ist wirklich lustig so, es gibt so wenig, was ich noch machen kann, wenn ich so aus dem Leben gekickt bin, aber Star Wars geht irgendwie immer. Das ist immer so, da fühlt man sich zu Hause. Wir sind ja auch immer sehr nett. Das habe ich ja auch, vielleicht können wir das so als spontane Therapiestunde hier noch einfließen lassen. Das fand ich nämlich eigentlich ein, also erst habe ich mich kurz geärgert und dann war es aber irgendwie ein ganz schöner Kommentarverlauf, den wir hatten und zwar ging es darum, dass der Wolfgang in die Kommentare geschrieben hat unter dem Gewinnspielbeitrag. Er hat gar nicht teilgenommen, sondern hat eigentlich nur geschrieben, herzlichen Glückwunsch, aber in Anbetracht, was dieser riesige Erfolg für jeden von euch bedeutet, finde ich die Preise doch etwas bescheiden und habe ich mich erst natürlich über den Glückwunsch gefreut. Klar, das macht man dann, aber man hat mich dann darüber geärgert, darüber, dass er geschrieben hatte, in Anbetracht, was dieser riesige Erfolg für jeden von euch bedeutet und damit impliziert er ja eigentlich das ganze Team, weil wir haben das ja als Team veröffentlicht, diesen Beitrag. Dann habe ich auch entsprechend geantwortet und habe halt gesagt, naja, also was bedeutet denn dieser riesige Erfolg für David, Oliver, Tobias, Max und Malte so zum Beispiel, weil die kriegen keinen Pfennig. So, ja, die kriegen hin und wieder mal ein Review-Exemplar von mir, also was ich halt finanziere und ihnen dann schicke, damit sie eine Review machen können und sie können irgendwie online in einem Team mit netten Leuten abhängen, aber ansonsten investieren die so unfassbar viel von ihrer Freizeit, auch teilweise, was man gar nicht mitbekommt. Also, jetzt mal Realtalk, David, wie viel Zeit David aktuell nicht nur in die Podcast-Vor- und Nachbereitung investiert mit den Timecodes, sondern auch ins Korrekturlesen zum Beispiel, was sonst Malte auch super viel noch macht. So, ähm, und ich bin da wirklich wahrscheinlich der schlimmste Typ, weil ich einfach ganz schlecht bin, selber meine Beiträge Korrektur lesen, weil ich ungeduldig bin, wenn Beitrag fertig ist, dann will ich den auch veröffentlichen. Ähm, sehr unprofessionell von mir, aber so, dass denen dann vorgeworfen wird indirekt, was dieser riesige Erfolg für die bedeutet, als würde jeder von denen morgens in einem Topf voll Gold aufwachen, ähm, das, weiß ich nicht, wenn mir das jemand vorwirft, dann denke ich immer, ja, okay, ich muss damit leben, weil ich hab von Anfang an gesagt, so, ich mach das hier, um damit Geld zu verdienen und dann muss ich mir auch irgendwie sowas mal anhören, ist ja auch völlig okay, aber nicht der Rest des Teams und vielleicht kann man sich noch drüber streiten, Jens, Jonas und du, ne, ihr seid halt irgendwie bei mir angestellt und ja, das dementsprechend bedeutet der Erfolg für euch jetzt auch was auf monetärer Seite irgendwie, ne, aber auch da in einem, in einem anderen Maße natürlich und, ähm, ja, keine Ahnung, also ich, ansonsten stimmt das, also für mich bedeutet der Erfolg unheimlich viel, also allein schon, weil Stonewalls der coolste Job ist, den ich irgendwie mir vorstellen kann, aber, ja. Ja, geht mir ähnlich, ähm, das Ding ist ja, gerade momentan durch diese Hitzewelle, ähm, die durch dieses Land fährt, äh, profitiere ich wahrscheinlich noch mehr als du, weil ich echt fast dauernd krank bin und für die geleistete Arbeitszeit, ähm, dann doch sehr gut für dich. Sagen wir mal so, 80 Prozent deines Arbeitsaufkommens momentan ist schon der Podcast. Aber es ist ja auch cool und dafür, ey, also der Podcast ist ja auch super wichtig für uns, darf man ja auch nicht vergessen und da, äh, bist du halt 50 Prozent und, ähm, ey, alles gut. Ähm, genau, also, ich hoffe ja auch, ich bin ständig auf bessere Phasen und ich versuche ja auch immer wieder so zwischendurch was zu machen und sowas, ähm, ähm, momentan ist es halt wirklich eine richtig beschissene Zeit für mich. Ich hab tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, aber das ist, ähm, ne, ne, das ist, das gehört hier nicht hin, da will ich gar nicht drüber reden. Okay. Gut. Ähm, genau, ich hab da noch ein bisschen, also ihr könnt euch den Kommentar durchlesen, wenn ihr unter dem, dem riesigen 1600 Kommentare Beitrag alle Kommentare nach, ähm, bestbewertet sortiert, dann ist tatsächlich der Kommentar von Wolfgang irgendwie auf Platz vier oder so, also dann findet ihr den relativ schnell oder ihr macht STRG F Wolfgang, nachdem ihr alle Kommentare, ähm, nachgeladen habt, da müsste das auch gehen. Da könnt ihr es lesen, ich hab da noch ein bisschen was geantwortet und was ich dann so schön fand ist, ähm, wenn, ja, also Wolfgang hat dann ein bisschen später nach meiner Antwort geantwortet, ich frage mich jetzt ein paar Stunden später, warum hab ich das überhaupt kommentiert? Kann gerne gelöscht werden. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, um halt zu sagen, oh Gott, jetzt hab ich hier so viel Gegenrede bekommen, äh, warum behalte ich meine Meckerei nicht einfach für mich? Oder ob er auch, äh, das vielleicht gemacht hat, um zu sagen, naja, vielleicht hast du ja recht. Ähm, aber ich interpretiere da das Letztere rein und, ähm, dieses, ja, was Leute ja mal ganz schnell machen, erst mal ein bisschen Genörgel ins Netz schreiben, dass manchen von denen dann vielleicht auch später, wenn man da versucht, konstruktiv drauf einzugehen, einfällt, naja, vielleicht wär das gar nicht nötig gewesen, zumindest nicht in so einem Maße. Oder, also, es war ja auch nicht schlimm, ne, es war ja kein schlimmer Kommentar, aber ich hab mich halt kurz drüber geärgert, einfach, weil er irgendwie zu viele vom Team da irgendwie mit reingeschmissen hat. Ähm, ja, das fand ich ganz schön den zweiten Kommentaren an. Tatsächlich hab ich wirklich manchmal auch so das Gefühl, dass, äh, obwohl wir das immer wieder erwähnen, dass den Leuten das nicht so bewusst ist, gerade jetzt so den Podcast-Hörern zum Beispiel, äh, die, es gibt tatsächlich wohl auch einige, die nur diesen Podcast hören, ähm, und wirklich nicht großartig mitlesen, ab und zu mal vielleicht, wenn eine wichtige News rauskommt oder so, ähm, und denen kommt es so vor, als wäre Stone Wars nur du und ich. Und dann gibt's wieder andere, die nur den Livestream auf YouTube gucken, und die denken, Stone Wars ist nur du und Jonas. Und wenn dann die anderen mal kommen, das sind halt so Gäste, die wir auf der Straße getroffen haben und gefragt haben, ob sie mal mitmachen wollen. Keine Ahnung, ja, aber wir sind ja, ne, es sind ja neun Leute, also es ist, oder würde ich mal sagen, aktuell neun. Ja. Und, äh, guck mal, jetzt kommt da zum Beispiel Justus, der jetzt ganz viele Reviews geschrieben hat, spreche ich mir gleich noch kurz drüber, ähm, äh, auch, der jetzt super viel Zeit da rein investiert. Das muss man auch einfach sagen, es ist krass, also da, ähm, da haben einfach viele Leute sehr viel Zeit reingesteckt und kriegen da verhältnismäßig wenig raus, finde ich. ähm, und, ähm, also klar, natürlich ist es cool, wenn man ein Reviewset so bekommt. Ich finde das auch eigentlich, glaube ich, einen fairen Tausch, zu sagen, okay, da schreibt jemand eine Review, der investiert da Zeit rein, der macht Fotos, der tippt einen Text und dann bekommt, darf er halt dafür das Set behalten so und kriegt dann irgendwie noch Fotoausstattung oder sowas, ähm, mit, mit subventioniert oder so, damit da fünftige Fotos bei rauskommen. Das finde ich auch einen fairen Tausch so, aber trotzdem ist, das funktioniert nur, wenn das ein Hobby ist und das funktioniert nicht, wenn das ein Job ist, weil von einem Lego-Set kann jetzt keiner die Miete bezahlen. So. Ja, es kommt drauf an, wie viel Geld er sonst für, äh, Sets investiert und wie viele er dann zum Review bekommt. Also, wenn, wenn die anderen Einnahmen weiter fließen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ja, gut, aber, ähm, nee, die Idee war völlig dumm, fällt mir gerade auf. Also, das ist nichts, was, also, wo nachher ein ordentlicher Stundenlohn bei rauskommt. Ja. Also, selbst, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie die Burg zum Beispiel bekommt, klar, hat das dann irgendwie einen Wert von, wenn das neu ist, von, ähm, von 400 Euro, sag ich mal, aber, dann wird das Ding ja auch aufgemacht und aufgebaut, ist dann also bespielt, dann geht der Wert auf jeden Fall schon mal runter, selbst wenn man das dann noch verkaufen würde, was keiner macht, ähm, aber dann, keine Ahnung, wie viel Zeit, äh, äh, nehm mal, die Burg ist danach noch 350 Euro wert und du willst einen Mindestlohn, wo liegt der jetzt bei? Ich weiß nicht, wo der Mindestlohn liegt, weil ich möchte anmerken, ich bezahle über Mindestlohn. Ja, ich, ich, ich hätte, ich hätte dir irgendwann mal vor vier Jahren sagen können, mittlerweile weiß ich nicht, wo der Mindestlohn ist. Hä, seit dem 11. Juli 2019 bei 10,45 Euro, das kann doch nicht sein, so niedrig ist der doch nicht. rechnen wir mal in vernünftigen Stunden oder sagen, was heißt vernünftige Stunden? Sagen wir einfach mal 15 Euro, wenn man jetzt 15 Euro annimmt, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, dann kannst du 23 Stunden Zeit da rein investieren. Ja, okay, vielleicht kommt das hin, aber viel schneller ist eine Review nicht fertig, glaube ich. Nee, eigentlich nicht, hä, nein, du musst es ja noch, du musst es ja komplett bauen. Allein da brauchst du ja bei der Burg bestimmt 16 Stunden für oder was. Fotos machen, also es kommt nicht hin, das, das taugt nicht, das ist, also, selbst wenn man wollte, ist das kein Modell, um Geld zu verdienen. Deswegen, das kann man nur als Hobby machen. Naja, es sei denn, man macht es halt wirklich Vollzeit und lässt sich von mir peitschen, dann, so wie du, dann kann es auch ein Beruf sein. Ja, also, wenn man da nicht nur die coolen Sachen macht, nein, ich meine, wenn man halt nicht nur, ne, okay, ich meine, wenn man halt nicht nur sagt, hey, ich such mir jetzt die coolen Review-Sets raus und schreibe dafür halt Reviews, sondern sich einer auch sagen lassen muss, mach mal hier die blöde News über, weiß ich nicht, hier Lego auf der San Diego Comic Con oder so, was jetzt gerade keinen interessiert. Also, sonst keinen interessiert. Das Witzige ist ja, das meistens gerade diese komischen Dinge, die so, quasi schon fast Lückenbüßer oder so Füllmaterial sind, dass die mir eigentlich oft am meisten Spaß machen. Das ist ganz seltsam. Also, diese ganzen Hype-News, um die sich Jonas, Jens und du sich immer so fast schlagen, so, ich will, ich will, die sind immer bei mir so, ja gut, da schreibt ja jeder drüber. Und dann schreibe ich über irgendwie Friends-Armbänder, die für einen guten Zweck geknüpft worden sind oder so. Und das macht mir dann voll Freude. Ja, ist doch gut. So hat jeder seine, seine Lieblingsthemen. Ähm, ja, wir haben noch ein Kommentar von Star Wars Stefan, der übrigens, ach, sorry, wenn ich da jetzt schon wieder, äh, reingrätschen muss. Ich glaube, Star Wars Stefan ist ein bisschen aus, äh, warte mal. Guck mal, der David ist da. Hä? David ist im Dokument. Ja, David ist im Dokument drin. Sneaky peeky. Ja, jetzt muss ich aber mal gerade gucken. Ich wollte eigentlich, das Fünf-Jahres-Stone-Wars-Gewinnspiel schauen. Achso, ich muss irgendwie da jetzt noch alle Kommentare laden, Entschuldigung. Das dauert jetzt ein bisschen wieder. Ähm, weil ich glaube, Star Wars Stefan ist da aus allen, äh, Wolken gefallen, wie man so schön sagt, dass ein anderer Star Wars Stefan kommentiert hat. Und, also es war halt einfach ein, ein Star-Wars-Lehrzeichen Stefan und der Star Wars Stefan ist ja Star Wars-Stefan. Und, äh, er antwortet auf den anderen Kommentar nur mit, what the fuck? Tobias, this is getting out of hand. Now there are two of them. Ähm, und dann antwortet der andere Star-Wars-Stefan, oh, es gibt schon jemanden mit dem Namen, tut mir leid, wollte ich den nicht klauen. Und das ist ganz witzig, ähm, dass, äh, weil ja Star Wars Stefan seinen Namen auch nur bekommen hat, weil wir klar machen wollten, dass es einen anderen Stefan gab, der einen Artikel mal bei uns geschrieben hat und wir dann klar machen mussten, okay, das ist jetzt nicht der Stefan. Ähm, und dann haben wir auch geguckt, hey, hat da jemand jetzt Star Wars Stefans Namen geklaut? Aber nein, dieser Star Wars Stefan hat auch schon vor Ewigkeiten mal unter diesem Nickname kommentiert tatsächlich. Äh, aber er ist halt nur sehr selten in den Kommentaren aktiv. Das fand ich witzig. Aber ja, Entschuldigung, ich, äh, schweife ab. Ganz viele Anekdoten rund um das 5-Jahre-Store-Wars-Gewinnspiel. Ähm, Witzig? Ja, deswegen, äh, Witzig finde ich ja, dass unter anderem Star Wars Stefan dafür, äh, ähm, quasi Pate gestanden hat, dass es überhaupt Timecodes, äh, gab, weil wir ihn vor Katzencontent warnen wollten. Weil er ja Katzencontent nicht so gut vertragen hat. Und dann schreibt er folgendes unter dem letzten Kommentar. Ihr solltet unbedingt Stray auf der PS5 ausprobieren. Da spielt man eine Katze. Und er lebt in einer fremdkartigen Umgebung Abenteuer. Eine Tiefen ist, dass man eine Stunde schläft und ich und die Katz haben deshalb ein Nickerchen gemacht, während ein Roboter auf einem Benzintank Musik gemacht hat. Das war eine transzendentale, äh, Erfahrung. Ich muss jetzt aber jetzt wieder los und den Teppich zerkratzen. Ich hab das Gefühl, Star Wars Stefan, ähm, kämpft ein bisschen gegen seine Katzenabneigung an. Und, ähm, und ja, ich hab das gesehen, ganz viele, ganz viele Memes, ganz viel Social Media gehört. Ja, ich auch. Ähm, ich hab ja keine PS5. Ich, also, so sehr ich bei Lego hinterher bin, wenn's irgendwo was gibt und das dann sofort mitbekomme und dann selber, ne, wir sind ja selber eine gute Anlaufstelle für, oh, hier ist wieder was verfügbar. So, zu doof bin ich dafür, ein PS5 Release irgendwie mal abzupassen. Aber vielleicht bin, also, ist vielleicht auch gut, weil ich die irgendwie dann kaufen würde und nicht genug benutzen würde. Ähm, deswegen, äh, ja, aber irgendwann hätte ich schon gerne noch eine PS5, aber irgendwie seh ich nicht einen da so. Tatsächlich? Ja, ich will da nicht so hinterher sein wie hinter einem Lego DeLorean oder sowas. Tatsächlich, ähm, würde ich mittlerweile fast, ähm, fast dazu übergehen, auch, äh, die, die Konsole zu wechseln. Also zur PS5, weil Katze. Hahaha. Eine Katze spielen ist halt wirklich etwas, was ich, äh, was mich zu, zu einer PS5, ähm, bringen könnte. Okay, ja. Ja, aber momentan steht das nicht auf meinem, ähm, auf meiner Wunschliste. Weil, die ist ja voll noch mit Minimalismus. Genau, die steht komplett gefüllt mit hier Minimalismus für 20 Euro, hier Minimalismus für 140 Euro. Ähm, Steinofen schrieb noch einen Kommentar, den ich, den ich sehr nachvollziehen kann. Ähm, er schreibt nämlich, manchmal finde ich es schade, wenn Lukas, Lukas Argumentation oder Meinung gefühlt etwas prinzipiell verneint wird. Das sehe ich ähnlich. So, erstens habe ich schon darauf kommentiert, das ist überhaupt kein Prinzip. Ich dachte jetzt, du sagst erst mal, dass du das komplett anders siehst. Zweitens sehe ich das komplett anders. Ähm, nee, das ist tatsächlich so, ich habe letztes Mal noch drüber nachgedacht. Ähm, ihr hattet das ja auch noch als Thema in, ähm, bei Quatschen und Bauen. Ähm, und ich finde nass wie vor, dass Office ein nicht so gutes Set ist, wie, ähm, die der Atari, wenn du das zum Beispiel in ein Büro stellst und, ähm, dich kommt irgendeiner aus deiner Firma zum Beispiel besuchen, der wird eher auf den Atari reden als, äh, ansprechen, ähm, als Conversation Piece, als dass du, äh, als dass er denkt so, ja, der Mann hat hier Lego hingestellt. Kann ich bitte viel früher einsteigen? Weil ich finde, also jetzt mal ohne, ohne irgendwie die Ironie, also ich habe da auch drunter geschrieben, sehe ich genauso, aber ich sehe das, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es prinzipiell verneint wird, sondern wir diskutieren halt. Wir haben da unterschiedliche Meinungen und du verneinst die ja nicht, sondern du hast eine andere und diskutierst dann gegen mich. Das heißt ja nicht, dass du dann sagst, ähm, dass ich Quatsch, also natürlich erzähle ich auch mal Quatsch, du erzählst auch mal Quatsch, ne, sondern es ist halt einfach, also du verneinst das ja nicht, sondern du hast eine andere Meinung und davon lebt ja auch der Podcast. Also wenn wir nicht so unterschiedlich wären, glaube ich, wäre der Podcast, äh, ein Stück langweiliger. Deswegen, ich finde das, bei diesem Punkt bin ich immer noch hartnäckig. Ich finde immer noch, dass, die, die, der Atari, ähm, das war so eine Diskussion, die ja beim letzten Mal wirklich tief gegangen ist, ähm, dass das einfach das bessere, der bessere Punkt ist, um Gespräche aufzuknuspern, auch wenn du dann noch so aufschieben kannst und dann kommt das Wohnzimmer raus, guck mal hier, so war das in den 80ern, hihihi, witzig, witzig, ähm, das ist anders als, wie Office, was vielleicht gar nicht mal so viele Leute kennen und das halt grundsätzlich erstmal aussieht, wie ein Lego-Set, wie ein Lego-Set für Kinder oder Erwachsene. Du musst aber einfach akzeptieren, dass es da völlig unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt. Diese beiden Lego-Sets spielen in völlig unterschiedlichen Klassen, weil es völlig unterschiedliche Arten von Sets sind. Du kannst nicht sagen, das eine ist besser oder mehr geeignet, irgendwas oder so. Es mag sein, bei Leuten, die in den 80er-Jahren irgendwie diese Zeit hatten, die haben da natürlich viel mehr Conversation-Starter, aber wenn Leute wie meine Freundin oder so irgendwo reinkommen würden, da würde das in die Office-Set stehen, da würden die halt ausflippen und bei einem Atari wissen die nicht mal, was es ist. Und das ist halt einfach so. Es gibt da sehr unterschiedliche ... Ja, aber würden sie dann nicht eher fragen, hä, was ist das, als zu sagen, ah, ein, jemand, der weder was mit The Office zu tun hat, noch mit, ähm, wie heißt es, Atari, oder vielleicht nicht mal alt genug ist. Wenn jetzt irgendwie so ein 25-jährige Frau, die noch nie The Office gesehen hat, in ein Büro reinkommt, wo jemand eins der beiden Sets stehen hätte, würde ich einfach eher denken, dass jemand fragt, hä, was ist das denn bei, ähm, bei dem Atari, weil das nicht wie so ein 0815-Kinderding aussieht. Weil du im ersten Augenblick hast du halt, ach, guck mal, der hat hier, äh, mit dem Lego seiner Kinder, äh, so ein Büro gebaut. Da, fast wie bei uns. So, aber dieses Atari ... Wir müssen die Diskussion nicht nochmal führen. Ich, äh, wir haben das letztes Mal ... Wir sollten eine Umfrage unter die ... Was ist eine bessere Conversation-Piece? A oder B? Hab ich, hab ich jetzt schon wieder, hab ich jetzt schon wieder vergessen. Aber vielleicht kann ich's ... Ich schreib's mal auf. Andreas Schrob, Hallo Lukas und Rick. Also ich habe qualitativ gar keinen Unterschied zwischen Justus Review und den alten Hasen gemerkt, bis Lukas es im Podcast erwähnt hat, was für mich gewohnt hohe, äh, war für mich gewohnt hohe Star Wars Qualität. Lob geht also raus an Justus, die alten Hasen und Lukas aka, der dir keinen Lob braucht. Ja, vielen Dank für das Lob. Ich freu mich sehr. Äh, und dann als gut, zu guter Letzt noch, der Kommentar von Tobias, hab ich mich sehr drüber gefreut, bei den Spekulationen zu möglichen neuen Themenwelt, war Lukas das Dream und Rick das Zzzz. Und, ähm, ja. Und ich, äh, möchte jetzt sagen, ähm, dass ich ab sofort nicht mehr über Dreams spekulieren werde. Und ich will sagen, dass meine Vorfreude auf Dreams immer noch nicht gigantisch gewachsen ist. Ja. Ähm, so, dann sind wir eigentlich in der Therapiestunde angekommen, oder? Richtig, richtig. Weil ich, äh, ich hab noch ein bisschen was nachzuliefern von der letzten Woche. Und zwar, äh, wurde Enttäuschung darüber geäußert, dass ich im letzten Podcast, obwohl ich davor ja im, äh, Thor Love and Thunder war, ähm, das hab ich, glaub ich, im vorletzten Podcast gesagt, so, ich bin jetzt in dem Film danach, oder hatte abends eben einen Kinotermin oder so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, war ich, äh, war ich in dem Film und hab jetzt noch keine Review abgegeben. Und ein paar Leute hätten sich wohl gefreut, wenn ich das gemacht hätte. Deswegen, äh, kurz zum Ausgangspunkt. Ich mag Taika Waititi. Ich mag seinen absurden Humor. Und ich bin großer Fan von Thor 3 gewesen. Sehr großer Fan von Thor 3. Ist für mich einer der besten Marvel-Filme gewesen. Ähm, weil ich, aber auch generell zu den Leuten gehöre, die das Marvel Cinematic Universe jetzt nicht übermäßig ernst nehmen. Ähm, in, na, da komm ich gleich zu. Thema Star Wars. Ähm, aber, also Star Wars ist bei mir halt anders. Star Wars nehme ich deutlich ernster, als ich das Marvel Cinematic Universe nehme. Und, ähm, bei Thor ist es jetzt wirklich so, ich hatte super viel Spaß mit dem Film. Er war exakt das, was ich erwartet hatte. Er hatte für Marvel-Verhältnisse ziemlich guten Bösewicht, fand ich. Und, also es ist jetzt spoilerfrei. Ich will jetzt nicht, äh, in die Handlung eingehen. Ähm, er hatte ein paar Punkte, die wieder ein bisschen ernster waren. Aber, das Einzige, woran der Film so ein bisschen gekrankt hat und jetzt wird es so minimal spoilerhaft für die ersten zehn Minuten, ähm, ist halt, dass sie so ein bisschen, sie standen ja nach Endgame, ähm, mit einem Thor da, der an einem anderen Punkt war, als Thor nach Thor 3. Und irgendwie mussten sie halt, oder, ja, war Taika Waititi am Anfang sehr damit beschäftigt, das so abzufrühstücken, was nach Endgame passiert ist und wie man Thor wieder dahin kriegt, dass er nicht mehr der, äh, ja, der dicke Superheld mit posttraumatischer Belastungsstörung ist, sondern irgendwie ein bisschen wieder zu sich findet. Und da haben sie einfach ein bisschen viel Zeit rein verschwendet. Ja, vielleicht, also, ich fand das schön zu sehen, ich hatte viel Spaß daran, ich, äh, mochte, dass, ähm, die Geschichte erzählt wird von, ah, wie heißt der nochmal, ist nicht Meek, sondern der andere. Kork, Kork erzählt die Geschichte, ähm, von Thor, dem Space Viking, ähm, das war ganz schön. Also, ich hatte viel Spaß auf jeden Fall mit dem Film und, ähm, ja, würde mich da, äh, würde jedem empfehlen, der den dritten Teil mochte, den auch zu sehen, aber jetzt nicht was völlig anderes zu erwarten, weil das ist, glaube ich, das, was mich am meisten gewundert hat, dass tatsächlich Leute irgendwie den dritten, den vierten Teil jetzt gesehen haben und gesagt haben, der ist mir zu klamaukig, wo ich denke, naja, also, das war Thor 3 ja genauso, also, ich finde den jetzt nicht klamaukiger als Thor 3 und wer dann was anderes erwartet hat, ähm, der, ja, das wundert mich ein bisschen, ähm, weil, ich hätte gedacht, ja, wenn das der gleiche Regisseur wieder macht und der ja auch nicht gesagt hat, boah, diesmal wird's total ernst, dann würde ich auch davon ausgehen, dass der wieder so klamaukig ist, naja. Ähm, jetzt würde ich, genau, äh, weil Star Wars, Stefan schrieb dann auch noch, als jemand mich nach meiner Meinung zu Thor Love and Thunder fragte, äh, würde mich auch interessieren, insbesondere im Hinblick, dass Taika Waititi ja eigentlich für den nächsten Star Wars Film Regie führen soll. Und da bin ich auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, hab ich ein bisschen Sorge, weil ich eben Star Wars ernster nehme. Weil Star Wars für mich nicht ganz so klamaukig und selbstreferenziell sein sollte, finde ich. Nämlich die Szenen, wo Star Wars das macht, wo Star Wars zu viel Fanservice macht, ähm, wo Star Wars äh, für einen schlechten Gag irgendwie mal irgendwas mitnimmt, die sind nicht die, die starken Szenen in Star Wars für mich. Und deswegen bin ich ein bisschen sorgenvoll, was das angeht. Ich hoffe allerdings einfach ein bisschen, ähm, dass der Ton bei Star Wars ein anderer sein wird und nicht ganz so klamaukig ist, wie bei Thor. Und grundsätzlich fand ich zum Beispiel auch die, die Mandalorian-Folge, die Taika Waititi gemacht hat, sehr gut. Auch wenn die auch klamaukige Szenen hatte. Deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich gehe da sehr offen ran. Ähm, ich halte Taika Waititi auf jeden Fall für einen begabten Regisseur, der eine eigene Art hat, Filme zu machen. Die muss man nicht mögen, aber es ist zumindest nicht. Also ich glaube, wenn du dem halt von Anfang bis Ende ein Projekt gibst, dann kann das halt so Hit and Miss sein, aber es ist auf jeden Fall immer was Besonderes. Ja, das ist glaube ich so meine, meine kurze Sichtweise auf diese, auf diese Dinge. Ich möchte gerne dazu kurz eingreifen und sagen, ich finde gar nicht, dass Star Wars immer so, also gerade wenn es um Han Solo geht, gerade wenn es um Droiden ging, immer diese Unterhaltungen zwischen C3PO und R2D2, die sind gespickt mit blöden Witzen. Han Solo macht immer wieder blöde Witze, auch in der OT. Von daher, ich bin nicht so abgeneigt davon, immer wieder diese Witze auch drin zu haben und bin da eigentlich schon, also ich persönlich habe, als ich das gelesen habe, über Taika Waititi, also ich habe mich da sehr gefreut drauf, weil ich finde, das wird ein bisschen back to the roots wahrscheinlich, weil ich den nicht so so total drüber empfinde, sondern wirklich auf einem Level, der mir persönlich, und das ist sehr, sehr subjektiv, extrem gut gefällt, weil ich mit sowas sehr, sehr gerne lebe, also gerade so, was so ein bisschen ironischer ist, das ist ja voll meins. Ja, aber ich finde halt, also dieser selbstreferenzielle Humor, das ist glaube ich das, was mich dann in einem Star Wars Film stören würde, also zum Beispiel dieses Kork fängt an und erzählt die Geschichte von Thor, dem Space Viking. Und dann bin ich so, ja okay, das ist halt schon sehr selbstreferenziell, weil so halt, ne, das ist wie so ein Name, der von Fans ihm gegeben wurde und dann greift ein In-Universe-Charakter das auf und macht darüber Witze. Und das ist mir zu doll. Also ich hab überhaupt kein Problem mit humorvollen Szenen, weil die gab's bei Star Wars wie gesagt schon immer. Aber wenn's zu selbstreferenziell wird, wenn's, wenn der Witz auf Kosten der eigenen Glaubwürdigkeit geht, dann find ich's schon mal schwierig. Also weil, weiß ich nicht, also zum Beispiel Episode 8 wird ja immer wieder auch kritisiert für den Humor. Da hab ich's ein bisschen anders gesehen. Also ich bin ja ein Fan von Episode 8 als alleinstehenden Film, sag ich jetzt mal. Nicht als Teil von der Trilogie, aber als alleinstehenden Film fand ich den gut. Aber ich glaub, wenn's, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich muss das Gesamtprodukt sehen. Das fällt mir super schwer. Ich hab momentan zu dem Star Wars 5 Verteidiger Wattiti überhaupt keine Meinung so richtig. Ich bin einfach erst mal froh, dass jetzt nicht direkt wieder die nächste Trilogie da ist, sondern dass jetzt erst mal, man weiß noch gar nichts, es ist alles irgendwie noch am Anfang der Entwicklung. Die können sich meinetwegen noch ein bisschen Zeit machen, Zeit lassen. Und erst mal, auch bei den Serien rausbekommen, wohin's geht und was sie machen wollen, so ein bisschen. Vielleicht jetzt auch noch mal abwarten, wie, hier nicht Rogue One, sondern wie heißt es? Andor? Genau, wenn Andor jetzt kommt, da glaub ich, könnte nämlich auch eine gute Serie raus werden. Vielleicht lernen sie daraus auch so ein bisschen was und sagen, ach Mensch, man muss ja gar nicht alles im Volume drehen, es geht vielleicht auch außerhalb. Das mögen die Leute dann auf einmal auch. und ja, mal schauen. Also, ich bin gespannt, wie's mit Star Wars weitergeht und hab aber nicht so richtig eine Meinung zu dem Taika Waititi Projekt bisher. Naja. Ich finde, das sollte man auch vorab einfach nicht haben. Einfach genießen, wenn's da ist. Und wenn's, wenn dann der Genuss nicht so groß ist, dann kann man halt entscheiden, ja, ich kauf mir den Film nicht noch auf Blu-Ray, Gold, Standard, hast du nicht gesehen. Ansonsten, ich hab noch zwei Punkte, zwei schnelle Punkte eigentlich auf meiner Therapiestundenliste. Das eine ist der Gewinn zum Fünfjahres Stonewalls-Gewinnspiel, beziehungsweise generell das Gewinnspiel, wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Einmal bin ich völlig geflasht davon, wie viele Leute teilgenommen haben. Kompletter Wahnsinn, voll krass. Ich war am Anfang, hab ich teamintern gesagt, na, wir werden keine tausend Kommentare kriegen. Die letzten Gewinnspielbeiträge waren eher immer so ein bisschen bergab, was die Teilnehmerzahl anging und ich hab das Gefühl, es zieht auch nicht so viele Leute und wir fanden das aber cool, wollten es trotzdem machen und haben dann auch gesagt, wir pushen das jetzt nicht mit irgendwie, wer weiß wie vielen Preisen unnötig nach oben, sondern wir machen halt irgendwie zwei Sets verlosen wir und dann 20 von den von den Stonewalls-Sets und dann gucken wir mal, das ist dann für Fans, die freuen sich vielleicht darüber, für alle anderen ist es ja vielleicht gar nicht so attraktiv. Ey, aber unfassbar, wie viele Leute teilgenommen haben. Unglaublich. Deshalb erstmal vielen, vielen Dank für dieses großartig viele Feedback, was es gab. Ja, und jetzt sind so langsam die Einzeldinge da, die wir brauchen, um diese 20 Stonewalls-Megafone fertig zu machen. Zum Beispiel unter anderem hier das hier, ich zeig dir das jetzt. Eigentlich hätten wir es gestern im Stream gezeigt, aber das ist quasi die Anleitung, die dazukommen wird, die wir gemacht haben, die ist richtig cool, die haben wir auf so einen gefalteten Flyer drucken lassen, ich finde, die macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Und das Ganze wird dann hier in so einer schönen Papptüte verschickt, die mit einem Stonewalls-Megafone-Aufkleber verschlossen ist, das ist zumindest der Plan, hält leider nicht so gut, wie ich gehofft hätte. Also es wird nicht in der Papptüte verschickt, das kommt nochmal in den Karton, aber das ist quasi die Set-Verpackung, weil wir jetzt gesagt haben, wir lassen jetzt nicht für 20 Sets einen komplett eigenen Karton machen, das ist wirklich, da werden die Kosten so dermaßen explodiert, deswegen haben wir halt eine Anleitung, wir haben eine coole Papptüte, wo das Ganze reinkommt und ich finde das ganz schön schick. Ja, muss ich jetzt nur noch alles packen und dann auslosen am Wochenende, möglichst bald. Kann ich die Anleitung als PDF bekommen? Das ist eine gute Frage, lass mich erstmal hier das Ganze fertig machen und gehe davon aus, dass ich eingeplant habe, dass die Stonewalls-Team-Mitglieder jetzt nicht leer ausgehen werden. Weil das wäre ja schade. Aber wir machen das erstmal hier das Ding fertig, verschicken das mal und dann gucken wir mal, wenn Interesse daran besteht, dass wir die Teileliste und die Anleitung veröffentlichen, dann kriegen wir das bestimmt auch hin. Ja, gut. Und dann habe ich nur noch einen ganz kurzen Aufruf. Falls jemand von euch eine linke Schulter übrig hat und die ungefähr so meine Größe hat, bitte einfach kurz melden, in die Kommentare schreiben zum Podcast. Ich bräuchte da ein Ersatzteil. Ich habe es so ein bisschen gut gemeint für den Sport. Wie ist die Teile-Nummer? Ja, das muss ich noch rausfinden. Das Problem ist, die ist momentan ja noch verbaut, aber ziemlich im Inneren. Ah. Also das Gelenk, das sitzt ja recht tief drin. Das muss ich noch ausbauen irgendwie und dann gucken, was da eingraviert ist. Ich habe mich gestern mal durch Bricklink geklickt, habe nichts gefunden. Auf jeden Fall. Also ich bräuchte... Draußen? Kein Mängel? Ja, ist super blöd. Also ich bräuchte aber halt also linke Schulter und Schultergelenk ungefähr, weil meins... Also hier rechten Arm heben kriege ich immer noch hin. Das ist ärgerlich. Genau, rechten Arm heben ist immer ein Problem. Linken Arm heben bis hier und dann ist irgendwie doof. Deswegen... Also nach vorne geht. Also hier auch mit links könnte ich nach vorne grüßen, aber so seitlich ist irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Ja, es wird langsam auch wieder besser. Ich habe jetzt mich die letzten Tage ein bisschen geschont. Ich habe vielleicht letzte Woche ein bisschen gut gemeint. dass das nicht das Gelenk ist. Nein, ich glaube auch, es ist irgendwas Muskuläres. Aber ich hatte, als ich... Ich war... Am Donnerstag habe ich mir das kaputt gemacht und ich war sehr frustriert, weil ich eigentlich dann... Ich denke da so, okay, ich mache doch jetzt seit einem halben Jahr fange ich jetzt langsam an Sport zu machen. Eigentlich soll es mir ja besser gehen dadurch. Und stattdessen habe ich das Gefühl, man verursacht auch immer wieder neue Baustellen. Das ist natürlich klar, wenn man irgendwie seinen Körper stark belastet, dass dann auch irgendwann mal es zu Überlasterscheinungen an ein paar Punkten kommt, wenn man es übertrieben hat vielleicht. Aber dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, ich möchte im nächsten Podcast davon erzählen und der Podcast heißt Ersatzteile gesucht. Aber naja, wir hatten ja auch schon ein paar andere Titelideen. Das stimmt. Ja. Ich wünsche gute Besserung auf jeden Fall baldmöglichst. Es wird ja schon wieder besser. Gestern war ich auch schon wieder im Crossfit und war gar nicht so schlecht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Geil. Ich bin auch stolz auf dich. Danke. Das freut mich momentan zu hören. Was ist denn bei dir so passiert? Du hast auch noch ein paar Therapiestundenpunkte aufgeschrieben. Ja, als es mir noch richtig gut ging, habe ich die Nächte verbracht, indem ich ein bisschen was weggeguckt habe. Und The Greyman ist halt auf Netflix erschienen. Und Mann, ist der Film scheiße gut. Also er ist scheiße und er ist gut. Also es ist keine Empfehlung, null. Der ist so dumm, der Film. Alles da drin ist dumm. Ist es hier das mit Ryan Gosling und wer noch hier Captain America und so? Genau, genau. Brian Evans. Nee, Evans irgendwas. Chris Evans. Chris Evans, genau. Einer von den drei Chrises. Ey, der Film ist einfach dumm. Der ist wirklich, das ist John Wick in Klamauk. Okay. Es ist wirklich, es ist... Und ich dachte schon, John Wick wäre Klamauk. Nee, nee. John Wick ist dagegen wirklich Hochkultur der Actionfilme. Also ich bin aber großer John Wick-Film-Fan. Deswegen. Ja. Aber das ist wirklich so... Das ist wirklich so ein bisschen... Nimm die Action-lastigsten Filme aus der Fast and Furious-Reihe. Mische die mit John Wick-Kameraführung und dann hast du eigentlich The Greyman. Ich war wirklich richtig... Also mir hat er richtig Spaß gemacht. Richtig gut unterhalten hat er mich. Aber der Film ist einfach nicht gut. Es ist kein guter Film. Es ist einfach ein sehr, sehr teures Projekt, was Netflix da rausgeballert hat. Was aber wirklich so ein typischer Sommer-Action-Geballer-Film ist es gewesen. Fand ich gut. Also ich hab wirklich Spaß daran gehabt, aber ich kann dem niemanden empfehlen, außer wenn der wirklich genau so durch ist wie ich. Okay. Was gab's noch? Ich sehe hier noch einen... Das klingt auch nach Film? Äh, nee, das ist Serie. Ah. Ähm, und alter Schwede ist das gut. Es ist bei Apple, äh, TV Plus gewesen. Eine Apple Original Serie. The Mosquito Coast oder die Mosquito... Nee, nur Mosquito-Küsse ohne die. Ähm, ey, was eine geile Story und das Ding ist, so, ich hab's gesehen und dachte so, okay, wenn da keine zweite Staffel vorkommt, dann, äh, fress ich fünf Besen. Das ist ja, da ist ja noch so viel zu erklären. Da ist ja noch so viel offen. Da muss noch so viel, äh, ähm, erklärt werden. Da muss so viel noch... Also du, du weißt im Grunde alles, ohne was zu wissen und das ist... Ey. Und ich rate jedem, der Bock hat auf, äh, The Mosquito Coast, es ist... Tolle Schauspieler. Es geht um eine Familie, die, ähm, flüchtet vor der amerikanischen Regierung. Ähm, die untergetaucht waren und vor der amerikanischen Regierung flüchtet. Mehr will ich gar nicht sagen. Ähm, es ist, äh, es geht um einen Mann, seine Frau und deren zwei Kinder. Ähm, es werden ganz viele verworrene Geschichten im Hintergrund erzählt. ähm, und du weißt hinterher nie wirklich, was war und was gelogen ist und was wirklich passiert ist. Und ich freu mich so sehr auf eine zweite, äh, Staffel, wo vielleicht ein bisschen, ähm, mehr erklärt wird. Aber das Ganze spielt in Amerika und in Mexiko und es ist so bombastisch gut. Es, wirklich, es ist eine richtig geile Action-Abenteuer-Adventure-Thriller-Serie. Ähm, hat sehr, sehr wenig Teil, ich glaub sechs oder acht, äh, Folgen nur. Ähm, dafür alle so eine Stunde lang, also etwas länger als normale Serienfolgen. Ähm, aber das macht so Bock und ich hab das angefangen und dachte so, Alter, ist das gut. Und die Optik, ey, wirklich, ich weiß nicht, ob die, äh, ich guck mir grad den Trailer an nebenbei, also ohne Ton und guck, hab auch, wollte grad sagen, also die Color Correction ist so ein bisschen, äh, wir nehmen mal irgendwie die typischen Breaking Bad und Better Call Saul Farbfilter und drehen die mal noch einen Notch hoch. Es ist noch oranger und noch blauer. Es ist, es sieht aber wirklich gut aus. Es ist immer, die Kameraführung ist geil, die, ähm, ich glaube im Trailer haben sie ein bisschen so noch ein bisschen geboostet, aber ich hab die ganze Zeit, ähm, richtig Bock drauf gehabt, ich hab das auf, ähm, in HDR geguckt, ähm, es war wirklich so mindblowing. Okay. Es war richtig schön, es waren ganz tolle Bilder teilweise, ähm, man sollte die nachts gucken, weil manche Szenen im Dunkeln äh, stattfinden und dann ist es auch wirklich dunkel, sehr dunkel. Ähm, okay. Aber, äh, ich will nicht mehr erzählen, außer, dass mir das richtig gut gefallen hat, wer über so eine Thriller-Geschichte, ähm, um eine, rund um eine Familie Bock hat, ey, du, das ist immer so, dass ich dir gedacht hab, so eine Folge noch und am Ende, fuck, wie geht's jetzt weiter? Okay, ich guck die nächste Folge. Okay. Gut, also du hast, äh, in der Hinsicht ein bisschen gebinged, äh, wie sieht's denn ansonsten so aus der, äh, an der Minimalismusfront bei dir aus? Ja, ich hab, ähm, ich hatte ja die, äh, Baustelle aus Modulen, äh, bestellt, die 91-000-000-000-000. Was ein dummer, deutscher Name immer noch. Ja, die Modula-Bau, äh, Construction-Site, ähm, äh, die hatte ich mir bestellt bei diesem Brink-Link, ähm, äh, genau, also bei der dritten Phase, ähm, hatte ich mir die bestellt und die hab ich jetzt storniert und das war eine erstaunlich, äh, coole Erfahrung, Okay, also wie hast du storniert, weil das geht ja nicht über den, also das kannst du ja nicht selber machen, du musst ja anrufen. Nee, das war tatsächlich der negative Punkt, sodass ich dachte, wieso kann ich nicht einfach wie in jedem anderen Online-Store einfach klicken, stornieren, danke, auf Wiederhören. Das ist ein Missverständnis, es geht eben nicht in jedem anderen Online-Store, es geht eigentlich so richtig problemlos nur bei Amazon und ich verstehe nicht, warum andere Shops das nicht genauso problemlos und einfach machen. Ich will nicht irgendwo anrufen, um was zu stornieren. Ja, man hätte ja auch chatten können oder E-Mails, glaube ich, schicken können. Ja, aber trotzdem, selber klicken geht schnell. Ja, das Ding ist halt, ich habe angerufen und es war so, ach ja, willst du nicht, okay, ja, dann ist raus, wird in 30 Minuten, ist das dann auch bei dir spätestens mit einer E-Mail und das war sehr freundlich, sehr fröhlich und sehr kurzweilig, ohne dass ich gedacht habe, oh, ich muss mich jetzt richtig schlecht fühlen, weil ich das bestellt habe. Ich kann jetzt übrigens jetzt schon sagen, dass bestimmt zehn Leute in die Kommentare schreiben werden, Rick, bist du doof, ich hätte die sofort abgenommen. Ja, natürlich. Ich hätte auch ein Scalper sein können und das für noch mehr Geld bei Ebay verticken können, wahrscheinlich. Ja. Ja, nee, wird der dann demnächst plus eins irgendwann verfügbar sein? Nee. Die wird, also, du wirst, hast ja jetzt die Scalper-Preise nach oben getrieben letztlich, weil die jetzt um ein Set seltener geworden ist, weil das wird nicht im Verkauf landen. Echt nicht? Nee, keine Chance. Also, vielleicht wird das mal irgendwann irgendwo verlost oder so, also, weil ich schätze schon, dass sie jetzt trotzdem alle herstellen, aber vielleicht auch nicht, also vielleicht wird einfach eins weniger hergestellt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die das genau planen. Ja. Die haben ja bestimmt eh nochmal so und so viel mehr, die die dann bei sich in irgendwelche Archive legen und dann vielleicht mal irgendwann rausholen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hätte aber dafür 300 Geld ausgeben müssen und eventuell plus irgendwelche Dingsen, Zolldinger, weiß man ja nie, was da passiert. Ähm, nee, nee, einfach nee. Ja, verstehe ich. Ähm, äh, hoppala. Bin jetzt auch leider durch die, äh, die Phase meiner, ähm, Nicht-Gutigkeit, äh, nicht dazu gekommen, äh, weitere Sachen eben auf meinen, ähm, Ebay-Kleinanzeigen-Account reinzuschellen. Ich hab immer noch keine, keine, äh, Rückmeldung auf meinen kleinen Mikrofighter, den ich, äh, testweise mal reingestellt hab, von daher. Zu teuer. Du willst, äh, auch Scale-Up-Preis einfach. Ja. Nein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Doch, doch, ist zu teuer. Ähm. Ich hab, ich hab mir den gar nicht angeguckt, deswegen, das wollte jetzt eigentlich nur ein Gag sein, aber, ähm, ja. Ja, äh, wollen wir in die, in den Sales starten und, äh, ein bisschen über die August-Neuheiten quatschen. Sehr gerne. Genau, ja, weil im August starten viele, viele neue Sets in den Verkauf und da das ja jetzt die letzte Podcast-Folge im Juli ist und nächsten Mittwoch schon der Vorverkauf der Burg gestartet ist, also das ist das einzige Set, was jetzt, glaub ich, nicht am 1. August in den Verkauf geht, sondern erst am 3. in den VIP-Vorverkauf, wenn ich's richtig im Kopf hab, ähm, hab ich gedacht, dass wir da heute mal noch kurz drüber sprechen. Hab eben vor dem Podcast endlich noch den Beitrag dazu fertig gemacht, der einfach alle Lego-Neuheiten auflistet, die im August 2022 in den Verkauf gehen, weil das ist so viel wie noch nie zuvor. Und deswegen so ein bisschen, äh, kleiner Werbecharakter, weil wir freuen uns natürlich wie immer, egal wo ihr's kauft, ähm, wenn ihr da einen unserer Links benutzt. Und gerade bei sowas wie der Burg ist das für uns natürlich, ähm, ja, wahnsinnig cool, weil da, glaub ich, bestellen einfach, oder werden vermutlich sehr viele Leute, die direkt zum Release bestellen. Kaum ein Set wurde so positiv aufgenommen in den vergangenen, im vergangenen Jahr, würd ich mal sagen, ähm, mit so vielen Leuten, die auch schon angesagt haben, dass sie's, ähm, direkt zum Release kaufen wollen und was sie so aus den Lego-Stores hören, die machen sich auch schon arg Sorgen darum, dass das Set, ähm, überhaupt über den ersten Tag drüber verfügbar ist. Also wir haben's jetzt so aus zwei, drei Lego-Stores gehört, dass die eher damit rechnen, dass mittags schon alles weg ist. Deswegen wird's online wahrscheinlich nicht anders sein. Ähm, das wird so wohl die nächste Titanic, sag ich mal, die dann, äh, oder der nächste DeLorean, ähm, einfach eins von diesen Sets, die dann lange Zeit nicht verfügbar sein werden. Ähm, und deswegen, ja, vielleicht wer das Ding am Anfang haben will und nicht sagt, oh, ich warte jetzt einfach zwei Jahre, und dann wird's wohl chillig irgendwo verfügbar sein mit einem gewissen Rabatt. Ähm, wobei auch das ja unklar ist, ne, es gibt ja immer mal wieder Sets, wo Lego das mit dem Rabatt auch, ja, ich will jetzt nicht vorwerfen und sagen verhindert bekommt, weil das wäre ja ein marktfeindliches Verhalten. Ähm, aber wo irgendwie die Sets zu so wenigen Händlern in den Verkauf kommen und die dann warum auch immer keinen Rabatt geben, zum Beispiel das Colosseum ist ein gutes Beispiel, glaub ich. Ähm, es gab's mal zwischenzeitlich nur bei Alternate, da auch irgendwie nie rabattiert. Ähm, es kann sein, es wird bei der Burg völlig anders und die wird rabattiert sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Lego das so ein Set ist, wo man auch mal, ja, sozusagen Exempel statuiert und einfach sagt, ach, nö, das behalten wir einfach mal exklusiv bei uns. Ähm, keine Ahnung. Wobei man halt ja immer noch theoretisch, zumindest über Bande gespielt, schon einen Rabatt kriegen kann, wenn man VIP-Punkte einlöst. Wenn man welche hat und ... Ja gut, aber das ist ja kein Rabatt, also du bekommst den Rabatt dann eher beim Kauf, also indem du halt 5 Prozent oder halt, du wartest auf doppelte VIP-Punkte, aber dann muss es halt dann auch verfügbar sein während der Aktion. Ähm, und was jetzt halt das Gute ist, es kommt nochmal eine Gratisbeigabe. Also sie bringen das Versteck im Wald wieder zurück, ähm, ab dem 1. August. Und ich gehe mal davon aus und hoffe, dass es am 3. August, wenn die Burg startet in den Vorverkauf, ähm, dann auch wieder verfügbar ist. Ähm, deswegen, ja, hoffen wir mal, dass das so stimmt, weil dann kann man die Burg immerhin mit dem Versteck im Wald, was perfekt passend natürlich dazu ist als GWP, kaufen und kriegt dann nochmal 5 Prozent VIP-Punkten. Und das ist nicht toll, das macht den hohen Preis nicht wett, das ist keine Frage, aber es ist zumindest, ähm, wer halt eh sagt, er hätt das Ding gerne, äh, recht schnell am Anfang, ich glaube, dafür ist das ein ganz guter Deal. Also ich werde den nutzen, wenn es den so gibt, ähm, und freue mich dann, dass die Burg, äh, endlich in den Verkauf startet, weil für mich ist das bisher auf jeden Fall ganz klar das Set des Jahres. Aber es ist sowieso, der August ist so voll von, von neuen Sets, das ist unfassbar. Ich würde gerne zu der Burg noch tatsächlich, äh, hinzufügen, ich hab ja auch gesagt, das ist für mich vielleicht das coolste Lego-Set aller Zeiten. Mhm. Ähm, und das ist nach wie vor so, nur hab ich, bin ich so in mich gegangen und hab überlegt und habe gedacht, so im Zuge meines, ähm, Dranges nach Minimalismus und weniger Zeug, brauchst du das wirklich, Rick? Wir sind, Moment, wir sind hier jetzt gerade im Werbeteil, Rick, du kannst jetzt nicht den Leuten Minimalismus ans Ohr reden, das können wir später wieder machen. Jetzt geht's darum, toll, kaufen, kaufen, kaufen und Affiliate-Links. Ah, ja, ja, richtig. Also, wenn, 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 wenn ich mir das, äh, zulegen könnte und das Geld dafür, äh, bereit liegen hätte, dann würde ich das natürlich sofort kaufen. Siehst du, so nämlich. Ja, ja. Und, äh, und, äh, und wo würdest du es kaufen? Ich würde es über einen Affiliate-Link von Star Wars.de, äh, kaufen, direkt im Lego-Online-Shop mit diesem ganz einfach zu, äh, zu findenden, ähm, äh, Link. Ähm, das Gute ist, wenn ich zufällig jetzt vorhätte, nach Dänemark auszuwandern oder nach Finnland, würde ich auch dafür einen, äh, Shop-Link finden. Ähm, äh, äh, direkt da drunter, ähm, ich könnte auch nach Italien auswandern und diesen Link dann benutzen, ey, das ist. Ja, das Einzige, was leider immer noch nicht geht, ist Luxemburg. Warum auch immer, die haben kein Affiliate-Programm für den Lego-Online-Shop. Ich weiß es nicht, warum. Weißt du, was ich mir auch noch kaufen würde dann dazu? Den Lego Galaxy Explorer. Weil das ist halt auch so ein 90-Jahre-Set und das spielt so schön auf den LL928 an und, ah, nee, muss man haben eigentlich. Äh, das ist auch so, äh, sogar ein 3-in-1-Set, äh, mit den 1254-Jahre, muss ich dann halt drei Tage warten oder einfach zweimal bestellen. Weißt du, direkt am ersten das Galaxy Explorer und dann zwei Tage später die Burg, dann hab ich so ein doppeltes Erlebnis. Wir müssen jetzt aufpassen, dass unsere Werbung noch ein bisschen glaubwürdig bleibt, dass wir das jetzt nicht Sellout machen und uns hier verbrennen. Nee, äh, also, äh, also der Galaxy Explorer ist halt das zweite Exklusiv-Set, wobei da ganz interessant ist, ähm, das ist nämlich jetzt überhaupt kein Werbeteil. Weil das ist dann eher eine ehrliche Information an alle Podcast-Hörer. Das Ding ist schon bei Smithloys gelistet. Bei denen haben wir ja kein Partnerprogramm mehr, äh, das gibt's einfach nicht mehr. Mhm. Deswegen, wenn ihr's da kaufen wollt, ähm, äh, bekommen wir nichts, äh, dafür ab. Ähm, aber es ist da auch nicht mit Rabatt gelistet. Also, da fährt man dann auch mit GWP und VIP-Punkten auf jeden Fall besser. Aber halt direkt zum 1.8. Das ist total ungewöhnlich. Weil eigentlich ja, dass so ein Set wär was, wenn jetzt nach drei Monaten bei Smithloys aufgetaucht wär, hätte ich mich nicht gewundert. Aber direkt zum 1.8? Das ist sehr ungewöhnlich. Hat mich gewundert, aber mal gucken. Ich glaub aber auch, dass da nicht schnell Rabatte drin sind. Weil das schon auch ein beliebtes Set sein dürfte. Mhm. Aber es gibt noch zwei andere große Exklusiv-Sets. Und das eine ist der Atari, über den haben wir letzte Woche ganz viel geredet. Und der Chevrolet Camaro Z28, über den haben wir, glaub ich, die Woche davor geredet. Das sind also vier große exklusive Sets in einem Monat. Das gab's, glaub ich, noch nicht. Und dann dazu kommt ja noch das Sanktum Sanktorum. Das ist zwar nicht exklusiv, aber sieht halt aus wie so ein Exklusiv-Set mit 250 Euro, 18 plus. Und ist halt auch wirklich im Style von Modular-Building. Genau, aber das gibt's halt überall immerhin. Das ist ganz gut. Ja, aber das Ding ist halt, das ist halt für mich so ein Ding, wo ich denke, wenn du eine Stadt hast und Modular-Building sammelst, ist es das erste Mal, dass du ein Nicht-Modular-Building kaufen musst eigentlich. Na ja, vielleicht. Weil es eigentlich nicht zu der Reihe gehört, aber irgendwie gehört es dann doch dazu. Es ist ein wunderschönes Eckgebäude, finde ich auch tatsächlich. Also es ist ein sehr, sehr schöner Stil und passt halt auch irgendwie in meiner Wahrnehmung zu vielen der anderen Häuser. Ja, auf jeden Fall. Wir haben sonst noch Brickheads. Gibt's ein, zwei, drei, vier, fünf neue Sets. Unter anderem Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Da freu ich mich sehr drauf. Das ist mein einziges Highlight für diesen Monat. Genau. Dann haben wir das kleine Disney The Haunted Mansion aus den Disney Parks. Das find ich auch richtig cool. Das ist so süß. Ja, das ist niedlich. Iron Man's Handschuh. Dieser Iron Man's Nano-Handschuh. Ja, okay, gut. Also ich find den nett. Ich find den cool. Ich mag den. Aber dass der jetzt exklusiv ist, find ich ein bisschen schade. Dafür ist er ein bisschen teuer. Den gibt's aktuell nur bei Lego gelistet. Keine Ahnung. Der taucht vielleicht nochmal irgendwo anders auf. Ja, aber das große Ding da dran ist halt, du brauchst ja dann auch eine rechte Hand. Also eine linke Hand hast du ja dann schon wahrscheinlich, wenn du so Marvel-Set-Fan bist. Und jetzt brauchst du auch noch eine rechte Hand. Und eigentlich will man das ja nebeneinander stehen haben, finde ich zumindest. Das ist meine persönliche Überzeugung. Wenn ich das eine hätte, würde ich das andere auch haben wollen. Und in der Mitte würde ich Thor's Hammer stehen. Ah, geil. Ja, also mich wundert halt nur, also das ist, ich hoffe, das kommt noch irgendwo anders in den Handel. Dann haben wir diese kleinen Seasonal und Sachen, diese Postkarten aus Paris, aus London. Ist irgendwie immer noch nicht gelistet im Online-Shop, aber sollte eigentlich noch passieren. Wahrscheinlich direkt dann in der Nacht zum Ersten. Den kleinen neuen Lego-Store kann man kaufen. Katz und Maus an Halloween kann man kaufen. Und Lego Star Wars Überfall auf Farricks ist, ja, da kann ich jetzt trotz Werbeteil, kann ich nicht mehr sagen, kauft euch das. Das ist toll, das, also, ja, das ist irgendwie bestimmt nett und vielleicht hat das auch mit der Serie was zu tun. Aber es ist, also wirklich, für das, finde ich, was man nachher in der Hand hat, schon ein ganz schön extrem hoher Preis. Und da wartet bitte wenigstens, bis es irgendwie mal ein passendes Star Wars GWP gibt am May the Fourth. Oder bis es vielleicht doch auch woanders im Handel landet und dann mal mit ein bisschen Rabatt ist. Das ist so ein Set, das taucht bestimmt bei My Toys auf. Oder bei Smith Toys auch. Irgendwie in zwei, drei Wochen oder so. Oder vielleicht auch erst in zwei, drei Monaten, dann ist es auch okay. Aber da muss man nicht eilig haben, glaube ich. Wir kennen ja Cash in Andor schon, gell? Findest du die Minifigur von dem gut gelungen? Kann ich jetzt nicht sagen, habe ich viel zu wenig im Kopf. Ich finde sein Haar ein bisschen arg lang jetzt hier als Minifigur, aber ich habe die Serie, ich habe mir nicht genug die Trailer angeschaut und das nicht genug analysiert. Ich finde sein Gesichtspass halt irgendwie nicht so, ich würde ihn jetzt nicht auf Anhieb wiedererkennen. Ist aber vielleicht ein sehr subjektiver Punkt natürlich. Ich fand ihn halt nur nicht so gut gelungen. Aber das ist so meine zwei Cent dazu. Genau. Ja, wie gesagt, wenn alles gut läuft, ab dem 1. August direkt ab Mitternacht gibt es wieder das Versteck im Wald ab 150 Euro Einkaufswert. Also um da kurz mit offenen Karten zu spielen, Lego hat uns gegenüber jetzt bestätigt, dass es eine Gratisbeigabe ab dem 1. August geben wir. Für 150 Euro Einkaufswert. Und da wir ja schon das Gerücht gehört haben, dass es wiederkommt und es sonst, wir von sonst keiner Gratisbeigabe gehört haben, bin ich mir sehr sicher, dass es das Forest Hideout ist. Aber 100 Prozent kann ich es jetzt auch nicht bestätigen. Dann gibt es aktuell noch ein paar weitere Gerüchte zu Aktionen. Unter anderem, ganz interessant, soll angeblich der Lego, das Lego Piratenschatz VIP Ergänzungsset. Da hatten wir mal vor einem Jahr ziemlich genau darüber berichtet, dass es da so vier VIP Ergänzungssets gab, die dann aber eigentlich nur in UK, glaube ich, mal probeweise verfügbar waren. Die soll es, das könnte es wohl auch noch geben, aber da weiß ich halt nicht, wie das in Deutschland aussieht. Und dann zu Lego Super Mario einkaufen gibt es das neue Yellow Yoshi's Fruit Tree Poli Bag, wohl irgendwie noch im Laufe des August und irgendwann später noch so ein Dots Set mit einer 40er Set Nummer. Das heißt kein Poli Bag, sondern das dürfte ein richtiges kleines Set sein, der Dots Stiftehalter. Aber halt auch vermutlich nur für Dots, Friends und City Einkäufe. Und da, ja, für die drei Sachen wissen wir einfach noch nicht genug, um da jetzt verlässlich drüber berichten zu können. Deswegen, wir haben die mal mit aufgelistet, dass da irgendwie noch was kommen könnte. Aber ich glaube, die interessanteste Gratisbegabe ist jetzt schon das Versteck im Wald direkt zum Start des Monats. Ja. Genau, ja, also lest euch den Beitrag durch. Da sind alle Sets aufgelistet. Bei einzelnen fehlen, also ist immer ganz gut, um unsere Tabellen zu füllen. Wir haben da immer so Tabellen. Mobil müsst ihr ein bisschen zur Seite scrollen, damit ihr die komplett sehen könnt und auch die Shopping-Links habt. Aber es ist ganz interessant, weil da kann man ganz gut sehen, okay, in wie vielen Shops ist das jetzt gelistet? Ist das irgendwie vielleicht komplett exklusiv oder teilexklusiv oder so? Wenn da nur Lego verlinkt ist, dann bedeutet das in der Regel, das Ding gibt es halt auch gerade nur bei Lego. Außer halt jetzt der Transparenzhalber, der Galaxy Explorer, weil, ja, den haben wir halt nicht. Also wir haben halt keine Smith-Troys-Links mehr. Die wollen ja auch nicht mehr, dass wir sie verlinken. Dementsprechend ist es jetzt nur ein Link zu Lego, aber, ja, ansonsten guckt euch mal da durch. Habt ihr so einen Überblick bei ein paar? Fehlen noch die Shopping-Links? Also hier, diese Postcard aus London fehlt noch, aber... Das finde ich übrigens immer noch eine sehr interessante Entscheidung, zu sagen, wir haben keine Affiliate-Ding mehr, aber wir wollen auch nicht, dass ihr uns kostenlos verlinkt. Das finde ich interessant. So direkt haben sie es nicht gesagt. Sie haben gesagt, dass sie nicht mehr wollen, dass Websites auf eigene Faust quasi über so Angebote berichten können und um den Antrieb zu nehmen, haben sie das Affiliate-Programm eingestellt. Die hatten mit uns konkret nie ein Problem, würde ich jetzt mal behaupten, aber... Nee, das ist ja eine allgemeine Entscheidung halt auch, aber dieses... Ich finde, das ist eine interessante Entscheidung, sozusagen, ja, wir möchten nicht so gerne in Angeboten auf Webseiten auftauchen. Ja, ich wüsste auch mal gerne, wie sich das jetzt so... Weil das ist jetzt ja über ein Jahr her, zwei schon fast, ich weiß es gar nicht, wie sich das bei denen entwickelt hat. Da würde ich schon gerne mal einen Blick in die Zahlen reinwerfen, aber ich fürchte, die werden uns da... Husten. Keine ehrliche Rückmeldung zu geben. Werden uns einen Husten, werden die. Ja, auf jeden Fall, das sind die Lego-Neuheiten. Wie gesagt, wenn ihr was kauft, unterstützt ihr uns ganz extrem damit, wenn ihr unsere Links benutzt. Gerade jetzt bei so einem wichtigen Monat wie dem August, wo so viele coole neue Sets online gehen, wäre es cool, wenn ihr dran denkt. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, können wir in die Themen der Woche einsteigen, oder? Ja. Ich muss tatsächlich nur ganz kurz noch hinterher schieben. Ich finde die Lego-Technik-Sets, die jetzt rauskommen, irgendwie hübsch. Also ich mag die. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehen die für mich so aus, wie Lego-Technik aussehen soll. So gefühlt, weißt du so. Da ist ein Motor dran, da dreht sich was, da ist hier so ein Bagger, der so problematische Funktionen hat. Das finde ich immer irgendwie gut. Nicht, dass ich das jetzt selber haben will, aber ich finde die Dinger immer gut. Ja, wir haben jetzt gerade über die ganzen exklusiven Sets gesprochen, aber klar, Lego-Star-Wars-Neuheiten, das sind ja auch riesig viele Highlights dabei. Allein der AT-TE, der ja nochmal rauskommt. Ich glaube, kaum ein Set wird so, oder kaum ein Star-Wars-Set der letzten Jahre wird so beliebt sein wie dieser AT-TE. Wie auch die Justifier oder jetzt das Set, wo wir auch die Review gleich nochmal empfehlen werden, die wir bekommen haben. BD-1. Die Scythe. BD-1 bestimmt auch, ja. Aber ich glaube, witzigerweise verkaufen sich diese gebauten Duinen gar nicht so gut. Ich finde die auch so saucool, aber irgendwie sind die Spielsets beliebter. Wahrscheinlich wegen der Minifiguren. Wahrscheinlich, aber tatsächlich glaube ich, dass schon ein paar Gamer auch dann wieder mal in ihren Livestreams bei Twitch oder YouTube oder sowas, sowas wie BD-1 zusammenbauen und nochmal über das Spiel referieren. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber das werden natürlich nicht die Massen sein, aber es wird wieder mal welche geben, die das machen und das finde ich ganz schön. Ja, gut, ich meine über das, wir hatten jetzt hier zwar eigentlich auf der Liste auch noch, zwischendurch geht das Laufband einfach aus, warum denn? Es hat keine Energie mehr, das hat nicht so viel Energie wie du. Ja, wir hatten es schon angesprochen, du kannst dich ja mal um dein Laufband, dein Kassenband von der Kasse 1 kümmern. Fünf Jahre Stone Wars, nein, fünf Jahre Stone Wars haben wir schon erwähnt. Es gab einen Artikel mit einem Gewinnspiel zu gewinnen. Genau, bis Freitag läuft das noch. Zu gewinnen gibt es entweder den ATT-E Walker oder den Galaxy Explorer oder 20 mal das Megafon als Statuette mit einem Block, also einem Standblock, Standfuß. Ja. Da gibt es eine schöne Menge an Kommentaren schon, haut rein in die Tasten, wenn ihr es schon gemacht habt, sehr gut. Ansonsten glaube ich, können wir dieses Thema jetzt auch schnell abhaken. Ja, ich denke auch. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, wir haben schon genug darüber gesprochen, aber dann ging mein Laufband aus. Ähm, ein Lego-Ideas-Entwurf haben wir, beziehungsweise vielleicht würde ich das gleich, weil der eh schon durch ist, auch noch den zweiten schnell raushauen. Dann können wir den nämlich auch noch besprechen. Ähm, willst du mal loslegen mit der Petra? Ich dachte, wie die meinen meine Nachbarin, aber nee. Ja, die historische Stadt Petra stellt sich im Lego-Ideas-Review vor, ist der Titel, den Oliver gewählt hat. Ähm, es ist da wirklich eine, ähm, Kulturgeschichte, die sich dahinter, äh, verbirgt. Die Ruin-Stadt Petra liegt in Jordanien, ähm, und, äh, ja, die ist als UNESCO-Welterbe, ähm, gelistet. Ja, und die ist relativ eindrucksvoll nachinterpretiert worden in Lego, finde ich wirklich, also optisch sieht die wirklich richtig, cool aus, ähm, jemand, der sich mit Archäologie oder, ähm, mit, mit, äh, dieser, dieser Antike irgendwie beschäftigt. Bestimmt ein interessantes Set, ähm, ich persönlich würde es mir jetzt nicht hinstellen, ähm, verstehe aber vollkommen, ähm, wie das, ja, dass das jemanden gereizt hat, das nachzubauen und, äh, glaube auch, dass das wirklich so, ähm, einen guten, guten Anklang finden könnte, wenn es dann umgesetzt werden würde. Ob das jemals umgesetzt werden würde, na, na. Ähm, halte ich auch für eher unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, dass der andere Ideas-Entwurf, den ich just in dieser Sekunde gepostet habe, also der Beitrag von Oliver dazu, ähm, dass der deutlich mehr Erfolg haben könnte, ähm, und zwar ist das, äh, ein Entwurf zur aktuellen Netflix-Serie Hardstopper. Der hat nämlich jetzt relativ schnell, nach 64 Tagen, ähm, die 10.000 Supporter vollgemacht, ähm, ja, Hardstopper ist eine Netflix-Serie, ein, äh, LGBTQ-Plus-Drama, schreibt Oliver, also so ein bisschen, äh, ja, eine sehr moderne Serie über Teenager-Freundschaften, wahrscheinlich so ein bisschen Coming-of-Age, ich hab's nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, er freut sich aber gerade in einer sehr großen Beliebtheit, ähm, und, das kann ich mal auf IMDb gucken, obwohl das immer schwierig, ähm, so progressive Serien, äh, laufen auf IMDb nicht so besonders gut, die kriegen auch schon mal gerne so Hate-Reviews, ähm, oh, dafür aber hier schon mal eine 8,7 in der IMDb, das ist ziemlich ordentlich, also für so progressive Sachen ist 8,7 in der IMDb, also da war die Serie, die du eben empfohlen hast, mit 6,7 ein bisschen schlechter bewertet, ähm, ja, weißt du was, ich glaub, ich guck da mal rein, weil ich, äh, ich mag so Coming-of-Age, ich kann mich mit so rührseligen Sachen, kann ich mich immer sehr für begeistern, ähm, ja, Netflix hat die jetzt um eine zweite und dritte Staffel schon verlängert, ist noch relativ neu so als Serie, aber könnte auf jeden Fall ja auch, äh, ganz schön beliebt werden, ne, also warum sollte Lego nicht mal was aufgreifen, was gerade noch so ein bisschen am Anfang steht, und man muss ja sagen, Lego hat, ähm, ja schon das Everyone is Awesome Set gemacht, auch Queer Eye gemacht, ähm, was beides sicherlich ein bisschen durch Matthew Ashton, den, äh, Head of Design, ne, ist es Head of Design, auf jeden Fall der Chefdesigner bei Lego aktuell, ähm, getrieben war und ich hab eben direkt mal gegoogelt, ob der schon mal irgendwas so getwittert hat zu Hardstopper oder bei Instagram oder so, weil ich dachte, wenn der Fan davon ist, dann, äh, können wir davon ausgehen, dass es hier auch umgesetzt wird, ähm, ja, also ich halte das für nicht unwahrscheinlich, eine Kooperation mit Netflix ist eh schon da, er folgt übrigens, äh, ähm, dem Account tatsächlich, äh, bei Instagram, das weiß ich, ja, hat nämlich schon mal irgendwann irgendeine Story geteilt. Ja, weil das hab ich, hab ich nämlich eben leider nicht gefunden, aber wenn das... Nee, das ist, ich kannte, äh, Hardstopper, äh, nicht, überhaupt nicht, gar nicht, bis er mir das mal in die Stories gepusht hatte, deswegen... Ja, okay, dann, äh, hab ich's nur davon gehört und hab dann jetzt gedacht so, ach, hier, guck mal, das ist, daher kennst du das. Dann möchte ich mich hier und jetzt festlegen, dieses Set wird umgesetzt. Ich, ähm, werd's nur wieder vergessen, dass ich das ja gesagt habe, beziehungsweise ich werd's auf jeden Fall vergessen, wenn es nicht umgesetzt wird, dann werd ich nicht noch mal, mich nicht noch mal dran erinnern, dass es, ähm, dass ich falsch gelegen hab, aber, äh, ich könnt mir das echt gut vorstellen und, ähm, find den Entwurf auf jeden Fall nett, also es ist halt ein rein digitaler Entwurf, dementsprechend muss man mal gucken, wie viel man davon echt umsetzen könnte, aber es ist halt quasi ein Zimmer nachgebaut, es erinnert mich so ein bisschen an, äh, äh, an Jonas Zimmer-Serie, die er bei Stonewalls gebaut hat, äh, sind fünf Charaktere aus der Serie dabei, ja, find ich, find ich interessant, also, könnte ich mir vorstellen, dass sowas mal kommt. Der hätte ein tolles E-Drum-Set da stehen. Ja. Cool. Ähm, ja, das sind die zwei, äh, Ideas, äh, Vorstellungen für diese Woche, wieder ein bisschen zurückgegangen, im, äh, im Gegensatz zur letzten Woche, da waren es ja wieder vier, was ja wieder für reichlich Aufschwung, äh, gesorgt hatte. Jetzt müssen wir über ein Thema sprechen, hab ich noch nie von gehört, kenn ich nicht. Also ich kenn mich da überhaupt nicht aus, da musst du mir helfen, was es ist, ähm, ob das, äh, was, ob das ein Ding ist, ob man das interessant findet. Ähm, es geht um, äh, eine Serie, die soll wohl schon mal gegeben haben. Ja, ich hab hier eine gute Idee. Ja, ich, äh, wir, wir spielen mal kurz was ein, ohne Probleme hoffentlich mit der GEMA zu bekommen. Müssen ja nur beide leise sein, aber dann sollte das gehen. So, ich glaub, ab jetzt, äh, wird's Schwierigkeiten geben, deswegen mach ich das direkt mal wieder aus. Äh, Indiana Jones. Indiana Jones wird, äh, als Lego Themenwelt erscheinen, das hatten wir schon, äh, vor einiger Zeit berichtet. Mhm. Äh, sind damals davon ausgegangen, dass es sich um den Codenamen Coconut handeln könnte, wie wir jetzt wissen, was ja Avatar ist, ähm, aber da halt eben, wir waren uns sicher, dass Indiana Jones kommen würde. Der Film wurde jetzt ein Jahr nach hinten verschoben und, äh, dementsprechend auch die Lego-Sets, aber 2023 ist es soweit, berichten jetzt zumindest die Kollegen von Promobricks, weil die haben jetzt auch schon erste Details zu den Modellen. Und, ähm, das klingt schon alles recht interessant. Ja, jetzt ist es Ananas. Genau, jetzt ist der Codename nicht Coconut, sondern Pineapple. Ähm, woraufhin, äh, Jonas direkt ein neues Titelbild gephotoshoppt hat, wo auch eine Ananas drin ist. Was übrigens super witzig ist, weil wir hatten ja zu unserem ersten Beitrag zu dem, äh, wo wir über Coconut spekuliert haben, äh, hatte Jonas, ähm, diese riesige Kugel, die im Hintergrund von Indiana Jones auf dem Titelbild rollt, durch eine Kokosnuss ausgetauscht. Und warum auch immer wurde dieses Bild von so vielen anderen Blogs geklaut, weil die wahrscheinlich dachten, oh, cool, das ist ein offizielles Bild. Und seitdem wurde jetzt noch mal in irgendeinem Beitrag von irgendeinem italienischen Lego-Blog oder so über Lego Indiana Jones berichtet, auch wegen der Berichte von Promobricks. Und da war wieder unser Titelbild mit der Kokosnuss im Hintergrund zu sehen. Da muss ich jedes Mal lachen. Bin gespannt, ob jetzt hier die, ähm, unsere kleine Ananas, die wir reingephotoshoppt haben, auch nochmal einen Weg um die Welt nimmt. Ähm, ja. Es ist immer witzig, sowas wiederzusehen. Ja, tatsächlich, ich, ich lese ja jeden Artikel auf, äh, äh, Star Wars. Den habe ich nicht gelesen, weil Indiana Jones lässt mich sowas von kalt, wie nur irgendwas. Es ist einfach eine reine Frechheit. Es gibt kaum etwas, was mich weniger interessiert, deswegen bitte erzähl darüber, ähm, was dich daran fasziniert und worauf du dich freuen könntest. Also, generell, äh, erstmal alle Infos, äh, gehen, oder fast alle Infos gehen auf Promobricks zurück oder die konkreten Details gehen auf Promobricks zurück. Äh, deswegen Shoutout an dieser Stelle. Ähm, Set Nummer 77 012 wird zu, zum dritten Teil von Indiana Jones gehören. Ähm, soll wohl, also Indiana Jones. Indiana Jones und der letzte Kreuzflug heißt der Film. Ähm, und da flieht Indy mit seinem Vater in einem Pilatus P-2 Flugzeug. Und, äh, diese Szene soll irgendwie Inspiration für das Set sein. 34 Dollar, 99, drei Minifiguren, 387 Teile. Dann der beliebteste Indiana Jones Film ist der erste, Jäger des verlorenen Schatzes. Ähm, da wird ein Set erscheinen für 40 US-Dollar, äh, mit 600 Teilen. Und, ähm, ja, vermutlich soll das die Szene, äh, Moment, äh, genau, wo Indiana Jones die Bundeslade in der ägyptischen Ausgrabungsstätte findet. Äh, 600 Teile, ähm, ja, mit Indiana Jones, äh, Marion Ravenwood, Sella und eine Mumie. Äh, wird's wahrscheinlich darstellen. Auch da gab's im Prinzip schon mal ein Vorbild, äh, von 2008. Der ist Set Nummer 7621. Äh, genau, ja. Gibt's auch eine Review zu bei uns. Könnt ihr euch alles nochmal anschauen, äh, weil der Tobias ja ganz tollen Rückblick geschrieben hat über alle Indiana Jones Sets zum ersten Film. Äh, Set Nummer 77014. Das größte Set, von dem wir wissen, was es ist. Ist, äh, kostet 80 Dollar, hat 800 Teile, sechs Minifiguren und basiert auf Indiana Jones und der Tempel des Todes und zeigt eben jenen Tempel des Todes, ähm, bei dem die Lorenbahn halt nachgebaut wird. Und da fahren dann halt die Minifiguren her. Äh, gab's auch schon mal damals, ähm, Set Nummer 7199 im Jahr 2009. Äh, mit ziemlich coolen Minifiguren damals. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie es diesmal umsetzen, wie das wird. Sieht halt so ein bisschen Achterbahn-mäßig aus. Ist ja letztlich auch eine Achterbahnfahrt, die sie da in dem Film hinlegen. Spannend wird's jetzt bei der nächsten Set Nummer, weil das wird auch in der ersten Welle von Indiana Jones jetzt erscheinen. Nächstes Jahr 77015. Das wird 150 Dollar kosten. Jetzt haben wir zu jedem Indiana Jones Set bisher, zu jedem Indiana Jones Film bisher, ein Set hier angekündigt. Nürzt du Indiana Jones 4 halt nicht. Das ist ja auch der ungeliebteste. Und mich würde extrem wundern, äh, also da hatte Promobrix spekuliert, ob das nicht vielleicht irgendwie dann zum vierten Teil sein könnte. Aber ganz ehrlich, warum ausgerechnet zum schlechtesten und unbeliebtesten Indiana Jones Film das größte und teuerste Set machen? Ich glaub da nicht dran. Ich glaub, die lassen den einfach weg. Ähm, ich hätte hier eher damit gerechnet, dass sie irgendwas Ikonisches aus dem ersten Teil aufgreifen. Weil es ist einfach der beliebteste Film. Für 150 Euro machst du entweder ein großes Spielset oder vielleicht sogar sowas wie ein Diorama, wie sie bei Jurassic Park schon hatten zum ersten Teil. Was sich einfach an Erwachsene richtet und keine Ahnung, sowas wie die erste Szene aus dem Film, die Flucht vor dem runden Felsbrocken. Ähm, weil das ist irgendwie, also wenn du jemanden fragst, was ist die ikonische Szene aus Indiana Jones, dann ist es der Anfang vom ersten Film, würde ich behaupten. Kennen sogar ich. Die, dass sie die bisher nicht, also, dass das jetzt nicht das Set zu Teil 1 ist, was sie hier gemacht haben, sondern stattdessen die Ausgrabungsstätte mit der Bundeslade. Hm, irgendwie hab ich das Gefühl, das fehlt. Und entweder das kommt in der zweiten Welle oder das ist das große Set der ersten Welle. Weil das war auch schon mal eines der beliebtesten Indiana Jones-Sets oder das beliebteste, ist genau dieses. Äh, 76, 23, die Flucht aus dem Tempel. Da ist schon so, wenn man sich das mal vorstellt, das könnte man doch auch wunderbar ins Jahr 2023 holen. Und, ähm, ja, das würde ich, also, das muss irgendwie kommen, diese Szene. Das wäre wahnsinnig doof, wenn sie das nicht machen würden. Vielleicht aber auch erst in der zweiten Welle. Weil es gibt vier Setnummern, 77016 bis 77019, äh, die wahrscheinlich auch irgendwann 2023 kommen und halt noch ein paar weitere Indiana Jones-Neuheiten zeigen. Aber vom, also, die werden wahrscheinlich irgendwie auf dem neuen Film basieren. Der Teil 5, der ins Kino kommt, weil den will man ja auch bewerben mit Spielzeug. Oder umgekehrt, das Spielzeug mit dem Film bewerben. Ähm, und vielleicht ist aber auch eins davon doch nochmal ein altes oder so. Also, ich glaube, wenn das hier läuft, vielleicht kriegen wir dann nochmal so ein bisschen mehr zu Indiana Jones. Wenn sich das gut verkauft, dann wird Lego das bestimmt weiter durchziehen. Aber mich freut sehr, dass das grundsätzlich schon mal stimmte. Die Info, die wir letztes Jahr schon gepostet haben, dass halt Indiana Jones wiederkommt. Ähm, es ist halt jetzt nur wie der Film ein Jahr später. Mhm. Ja, du hattest Coconut schon angesprochen. Ähm, das hat sich ja als, äh, Avatar herausgestellt. Ja. Ähm, ja, dazu gibt's auch einen kleinen Artikel. Richtig. Äh, muss ich mal überlegen. Wir hatten den letzte Woche nach dem Podcast, glaube ich, haben wir den gepostet. Genau, ja. Den hat Jonas nämlich nach dem Podcast fertig gemacht. Äh, da sind nämlich jetzt alle Sets vorgestellt worden. Und zwar auf der San Diego Comic Con. Ähm, sowohl die Brickheads als auch die normalen, äh, Sets. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mir dieses Brickhead-Set angeguckt und hab gedacht, Ei, das ist ja fast das hässlichste Set, was ich bis jetzt gesehen hab bei den Brickheads. Ähm, von Sets, die eine richtige Lizenz haben und so weiter. Also ich geh jetzt nicht von, äh, Pudel, Dackel, Hund, äh, Katze, Maus, äh, Kokosnuss aus, sondern halt wirklich hier von, äh, so Lizenzthemen. Und ich find das einfach mal gar nicht gut. Ich find das einfach nicht gut. Ich find diese Yoda-Ohren, äh, seltsam. Ich versteh nicht, wo der Mund sein soll, ähm, ähm, äh, oder... Hä, Brickheads haben keinen Mund. Ja, aber der sieht halt so, hä? Aber die haben ja so ein, nee, also ich weiß nicht. Mir gefällt nicht. Es ist schwer, es ist schwer, in Brickheads Format zu bringen, das stimmt schon. Ähm, aber die Mini-Figure, es ist ja auch schwer, in Minifiguren Format zu bringen. Ja. Äh, das Einzige, was ich so ein bisschen langweilig finde, ist halt so, hey, wir haben Brickheads Doppelpack, wir bringen zwei, äh, zwei Charaktere rein. Wie wär's mit Jake und, äh, ja, Jake. Also einfach Jake einmal wie am Rollstuhl sitzt als Mensch und dann als Avatar. Und sie nennen das Ganze Jake und Jake Sully. Na, cool, okay. Äh, aber das, also komisch, die Brickheads heißen Jake und Jake Sully, aber das Set heißt Jake Sully and his Avatar. Mhm. Also, ich weiß auch nicht. Was ich cool finde, ist, dass es halt jetzt einen Brickheads Rollstuhl gibt. Ja. Daran kann man sich orientieren, wenn man irgendwie andere Figuren, äh, äh, bauen will oder so, ähm, äh, Professor X zum Beispiel oder so, ähm, ist das eine ganz gute Idee. Oder wenn man das halt auch für jemanden bauen möchte, wenn man einen Brickheads nachbauen will, äh, von jemandem aus so, ähm, äh, Go-Brick-Me-Set baut, jemand, der, ähm, gehandicapt ist, ja, geil. Hat man eine gute Vorlage, wenn man bis jetzt nicht drauf gekommen ist, wie man das anderweitig machen soll. Das fand ich cool. Ja, dann haben wir aber auch noch ein paar normale Avatar-Sets, die vorgestellt wurden, alle mit total einfachen Namen, wie zum Beispiel Neytiri und Thanator vs. Quarich im MPA. Na, das, äh, das rollt ja von der Zunge wie, weiß ich nicht. Äh, ja. Ist das klein, ist das kleinste Avatar-Set? Ich weiß es grad gar nicht. Äh, 560 Teile. Ja, auf jeden Fall, genau, 560 Teile, äh, 9 plus, also Kinder ab 9 Jahren, 44,99 Euro, kommt am 1. Oktober in diesem Jahr. Ähm, beinhaltet Colonel Miles Quarich und, äh, Neytiri. Colonel Miles Quarich in einem Mech, der ziemlich cool aussieht, weil hier mal ein bisschen realistisch gebaut und nicht nur so ein, äh, Kinderspielzeug-Mech von Ninjago, sondern hier so ein bisschen, sieht ein bisschen brutal kampfmaschinenmäßig aus. Ähm, ähm, und halt das Reittier von Neytiri und ein bisschen Landschaft drumrum. Ja, ich kann ehrlich gesagt mit dem Reittier nicht so viel anfangen, den Mech finde ich ganz cool. Auch die Minifigur dazu, die ist natürlich sehr militärisch, ähm, kann man bestimmt irgendwie für andere Teile auch ganz gut gebrauchen, wenn man jetzt irgendwie den Kernel selbst gar nicht braucht, aber, ähm, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich brauch den Kernel nicht, der ist mir zu aggressiv. Ähm, das nächste Set, ähm, was, äh, kommt, ist das 75-57, äh, 2, Jakes und Neytiris erster Flug auf einem Banshee. Ähm, da kriegen wir zwei dieser, ähm, ja, Dinosaurier-Vögel, oder wie man es nennt, mit wieder ein bisschen Land drumherum. Banshees, halt. Bitte was? Banshees, ja. Das sind halt Banshees, ja. Ähm, und, äh, wieder dazu kriegen wir, ähm, Neytiri und halt Jake Sully, also seinen Avatar. Scully. Ähm, seinen Avatar und, ähm, ja, dann fliegt man durch die Lüfte, ähm, wenn man das, äh, möchte. Äh, die Dinger haben eine Spannweite von 37 Zentimeter, was ich besonders, äh, imposant schon finde irgendwie. Also die sind schon nicht klein, auch wenn das Set halt nur 572 Teile, äh, beinhaltet, finde ich das schon zwei große Figuren im Prinzip, diese Banshees. Ja, aber leider, also ich finde es ansonsten noch das Enttäuschendste von der ganzen, ähm, von der ganzen Linie. Also, also. Wirklich? Ich finde die, diese, diese Banshees wahnsinnig langweilig und unschön gebaut, also. Oh, okay. Sie, also, wenn mir jetzt, wenn jemand diese Drachen einfach in den Iago-Set gepackt hätte, hätte ich die nicht gesehen und gedacht, Mensch, die kennst du doch aus Avatar. Ja, okay. Also. Word. Äh, nächstes Set ist, ähm, die schwebenden Berge, Side 26 und RDA, äh, Samson. Ähm. Richtig. Nee, Samson ist ja so ein Heli-Schrapp-Schrapp. Hier muss ich jetzt, äh, kurz sagen, Day One-Kauf für mich. Ich erkläre gleich, warum. Ja, ich weiß, warum. Ähm. Ja, aber ich hab's ja, glaub ich, schon mal gesagt. Nee, also, ich hab's nicht mitbekommen, aber ich, äh, ein Blick reicht mir, wo, äh, warum ich, äh, weiß, was du willst. Ähm, ja, dabei ist auch so ein, ähm, äh, sechsbeiniges Pferdchen und, ähm, ja, so eine Station halt, äh, die auch, ähm, schweben kann, also natürlich nicht in echt, sondern man kann simulieren, dass sie, ähm, äh, äh, nee, Quatsch. Man kann das Dach abnehmen, so. Ja. Ähm. Irgendwas, da schwebt auch so ein Stück irgendwie von der Landschaft, glaub ich, dass da so ein fliegender Berg einfach angetaucht wird. Ja, genau, das sind die schwebenden Berge. Ja. Ähm, aber ich dachte, dieses ganze Ding kann, äh, so im Film versetzt werden, aber das ist zu lange her, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir diesen Kommandoposten, ähm, äh, den, äh, wieder ein Rollstuhl ist mit am Start, der von, äh, Jake natürlich. Ähm, wir haben insgesamt fünf Minifiguren und das Pferdchen, äh, zwei davon sind halt die Avatare und einer trägt eine beige Hose. Ja, äh, Norm Spellman ist da drin und Norm Spellman hat, äh, lange beige Beine. Ich glaub, es ist Dark Tan und, ähm, ja, sorry, aber da kann ich nicht anders. Die, die brauch ich. Und wenn's nur für einen Sickfig-Gag ist, aber die muss ich haben. Ähm, und ich fürchte, ähm, es wird für meine Geduld zu lange dauern, bis es die bei Steinen und Teile gibt. Also entweder kaufe ich nur diese blöden Beine für sehr viel Geld bei Bricklink ein oder ich, äh, bestelle mir irgendwie das Set mit Rabatt irgendwo vor und, keine Ahnung, äh, verkaufe den Rest einfach wieder weiter. Ich weiß das noch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. Ich brauche eigentlich nur die eine Minifigur. Also ich hab ein, eine witzige Idee und dann, das war's dann schon. Damit bin ich dann zufrieden. Ja, man munkelt ja, du wärst sehr groß. Schon lange nicht mehr im Podcast aufgetaucht, tatsächlich. Fällt mir gerade auf, wo man das jetzt nochmal wieder so hochhebt. Ja, es liegt nur daran, weil ich immer auf dem Laufband stehe, deswegen wirklich so groß. Ja, das, äh, letzte Set, ähm, ähm, in dieser Reihe ist, äh, der Toruk. Magdo und der Baum der Seelen. Genau, das haben wir aber ja schon mal besprochen, glaube ich, ne? Genau, im Rahmen der, äh, Con. Lego-Con. Genau, genau. Lego-Con wurde's vorgestellt. Nicht Comic-Con, sondern Lego-Con in diesem Fall. Ja, viel, viel, äh, drumherum, äh, noch, äh, dann wieder so ein Drache, äh, Figuren und sowas. Äh, da, diesmal aber kein einziger Mensch dabei, sondern nur Avatare. Oder beziehungsweise die, ach, wie heißt denn die Rasse überhaupt nochmal, weißt du das? Navi. Navi, genau. Jetzt links abbiegen. Richtig. Ja, das waren die Lego-Avatar-Sets. Ähm, gibt's jetzt auch natürlich, äh, zur Vorbestellung, kann man bei Jöppich Spielwaren zum Beispiel vorbestellen, aber teilweise auch bei Amazon oder bei, boh, 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 wo war's? Äh, Taschengeld-Deep haben die zum Beispiel auch. ja, aber ihr könnt natürlich auch einfach warten, bis es die bis es die wirklich im freien Handel gibt mit fetten Rabatten also die wird es alle im freien Handel geben außer die Brickheads und wenn die halt mal raus sind, gibt es die bestimmt auch irgendwann mit größeren Rabatten genau was ich noch ein bisschen spannend fand war genau die UVP die war bei einem Set nicht so ganz geklärt also im Lego Online Shop ist das eine Set genau, die schwedenden Berge, also 75 573 noch für 89,99 gelistet an Händler wurde aber die UVP 99,99 Euro kommuniziert also im Rahmen der Preiserhöhung soll das quasi erhöht worden sein das wurde wohl auch den Händlern nochmal bestätigt ich frage mich jetzt wie der Lego Shop damit umgehen wird werden die einfach irgendwann den Preis nochmal erhöhen oder lassen die das so und die Händler haben eine andere UVP als Lego also seltsam naja wir wenn es da irgendwie was Spannendes zu gibt berichten wir das nochmal ansonsten werden wir einfach im Oktober sehen wie die es gehandhabt haben es dauert ja eh noch über zwei Monate bis die Sets wirklich auf dem Markt sind ja das nächste Thema ist eine Beta eine eine Online Lösung für die Minifigure Factory die gibt es in Amerika kann man hier auch schon ausprobieren aber man kann halt nichts bestellen weil es halt erstmal nur eine Beta ist die in Amerika exklusiv läuft ja und dort kann man für ähm rund 12 US-Dollar ähm sich eine Minifigur zusammenstellen und äh das Highlight dabei ist dass man sich den Torso bedrucken kann und zwar sowohl Vorder- als auch Rückseite können bedruckt werden ähm ja man hat eine Kopfbedeckung Kopfhose und ein Accessoire ähm noch zur Verfügung die man aussuchen kann ähm ja ne es sind nicht unfassbar viele äh Sachen enthalten ähm aber doch ausreichend um das mal als Beta auszuprobieren wenn man in Amerika äh zugegen ist und kann dann ja gucken ob man eine vorgefertigte ähm äh Grafik nimmt oder sich was selber zusammen äh knipselt mit so Formen genau also man man kann aber letztlich also also im Prinzip hast du in der Minifigur Factory im Store auch die Möglichkeit was zu malen auf deren schlechten Touchscreens ähm die Möglichkeit gibt's hier leider nicht weil ich hätt das gerne mal probiert okay wie ist das kann ich da ein Grafiktablett vielleicht anschließen und dann auch mal wirklich coole Sachen malen selber aber das bieten sie nicht an aus nachvollziehbaren Gründen weil sie eben nicht wollen dass die Leute da ähm irgendwie fremde Markenlogos draufdrucken oder irgendwas obszönes draufdrucken das Problem ist das lässt sich halt relativ leicht umgehen ähm also Jonas hat irgendwie drei Minuten gebraucht um ähm was Katschiges da drauf zu machen genau der hat ähm die Space X nee nicht Space X Rakete hier Origin Blue Rakete von Jeff Bezos nachgebaut ähm und hat die da drauf gedruckt äh und ähm das da frage ich mich halt aktuell wirklich wie macht Lego das also wenn wenn Lego das jetzt in Deutschland anbieten würde dann hätte ich mir jetzt schon ein Fake Account angelegt bei Lego weil ich meinen normalen Kunden Account dafür niemals nutzen würde also wenn ihr vorhabt so ein Quatsch auszuprobieren mach das bitte mit einem Fake Account unter einem anderen Namen bestellt es ins Büro oder sonst irgendwas auf einen Kollegen ich weiß es nicht ähm weil wenn da jemand irgendwie Quatsch machen will und dann Lego sagt hey Leute die hier Blödsinn machen denen sperren wir den Account ähm das wäre doof weil dann sind VIP-Punkte weg ähm da kann man dann versuchen zu diskutieren aber ich würde es einfach nicht riskieren naja ähm grundsätzlich kannst du relativ einfach mit Buchstaben und Sonderzeichen äh einzelne Buchstaben quasi machen also einfach ein I für einen Strich zum Beispiel und dann kannst du das rotieren und frei platzieren und so viele wie du willst und dann kannst du sehr sehr einfach auch wirklich schlimme Sachen machen ähm und ich hoffe doch ganz ganz stark dass das alles nochmal händisch kontrolliert wird ähm weil ansonsten ist es leider leider ein leichtes sich da zum Beispiel ein Hakenkreuz drauf zu basteln und das wollen wir doch wohl mal nicht hoffen dass Lego ähm sowas akzeptiert und das einfach irgendwie maschinell gedruckt wird und dann in der Tüte fällt und dann zugeschickt wird sondern dass dann nochmal jemand drauf guckt und sagt ach Mensch das wollen wir aber nicht ja ähm interessanterweise äh bei mir geht äh das Ausprobieren der Minifigure Factory äh gerade auch nicht mehr äh na die hatten ein bisschen Probleme ähm in diversen Ländern ah ja ja sie haben es wieder Beta eingestellt Minifigure Factory isn't quite ready for you, we're checked back later. Naja. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, gut. Also ich hoffe, dass sie da irgendwie auf jeden Fall eine Qualitätskontrolle haben und irgendwie das alles nochmal überprüfen. Ja, weil dann könnten sie theoretisch auch doch das selber malen vielleicht wieder erlauben. Wobei man dann wahrscheinlich noch viel mehr aussortieren müsste. Naja. Ja, das nimmt übrigens kein Ende mit Filmmischen Lizenzen. Black Panther, Wakanda Forever. Da haben wir auch drei neue Marvel-Sets gesehen. Und die könnt ihr natürlich auch sehen bei uns auf der Seite. Barely. Also es ist wirklich sehr, sehr kleine Bilder, nur verfügbar leider von Lego, aber wir wollten sie trotzdem euch schon mal zeigen. Das ist die 76211 Shuri Sonnenvogel. Sind vier Minifiguren dabei. wird für 50 Euro am 1. Oktober erscheinen. Dann haben wir Shuris Labor. Ein sehr kleines Set mit 58 Teilen für 9,99 Euro. Mit zwei Minifiguren. Und König Namors Thronsaal. Das ist etwas größer. Mit 355 Teilen drei Minifiguren sind enthalten. Kosten wird es 34,99 Euro und auch halt am 1. Oktober erscheinen. Ja, das ist das, was momentan gerade zu Black Panther Wakanda Forever zu sehen ist. Genau, es gibt auch einen ersten Trailer zum Film oder einen Teaser-Trailer zum aktuellen Zeitpunkt nur, aber da sieht man auch das meiste, glaube ich, von den Lego-Sets. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe den nicht ganz so ausführlich geguckt, weil ich mich irgendwie, weiß ich nicht, ich will noch abwarten. Ich möchte den ersten richtigen Trailer sehen und so ein bisschen mich jetzt nicht von den Lego-Sets zu sehr spoilern lassen, deswegen habe ich die nicht so ganz analysiert. Was ich spannend finde an den Sets ist, es kommt zwei Sets raus, die 355 Teile beinhalten. Eins für 35 Euro, eins für 50 Euro. Die fände ich mal spannend zu vergleichen. Also das eine hat halt schon mal eine Minifigur mehr, aber ich glaube auch deutlich größere Teile insgesamt. Das fände ich mal nochmal einen interessanten Vergleich, um mal zu sehen, okay, also für Lego ist halt Preis pro Stein ist also kann kein Maßstab sein, sonst würden sie es niemals in so einer Welle zwei Sets, die irgendwie direkt gleichzeitig erscheinen zur selben Themenwelt, so völlig unterschiedlich bepreisen. Ja. Ja, aber sonst kann ich jetzt auch nicht so wirklich viel Interessantes dazu sagen, weil ich jetzt auch, ja, wie gesagt, den Trailer nicht so super viel gesehen habe. Die Minifiguren sehen alle ganz interessant aus, aber ansonsten holt mich jetzt nicht so besonders ab. Mhm. Ja. Ja, damit sind wir quasi auch schon durch die Neuerscheinungen und Gerüchte durch und uns bleiben die Leseempfehlungen. Ähm, und die Leseempfehlungen sind, ähm, äh, äh, von Jonas zum einen, ähm, der den Lego 76 989 Horizon Forbidden West Tallneck, ähm, äh, im Review hatte und man, man merkt den Fanboy raus. Ja, das, äh, äh, er ist wirklich begeistert, er ist vom Spiel begeistert und er ist auch, glaube ich, vom Set sehr begeistert. Ja, also das ist auch, also man merkt auch wirklich, wie viel Zeit, und ich hab's ja auch mitbekommen, wie viel Zeit in diese Review geflossen ist. Äh, ich find, das merkt man in der Review auch an. Sie ist wirklich, ähm, extrem cool geworden. Ganz, ganz tolle Fotos, auch einfach ein paar absurde Sachen. Ich musste sehr lachen, als ich, ähm, die Gewinner der Bundesjugendspiele in Isengard gesehen hab, in der Review. Ähm, hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass ich auf einmal Uruk-Kai in einer Review zu, äh, Horizon Forbidden West beziehungsweise Horizon Zero Dawn sehen würde. Ähm, ja, er legt, ja, er hat sich, äh, um die Review auch irgendwie machen zu können, sich auch das, äh, Konzept-Art-Buch, äh, The Art of Horizon Zero Dawn, ähm, das hatte Jonas schon und hat das irgendwie nur als Grundlage genommen, sich ein paar Sachen angeguckt. Und, äh, viele schöne Slider, viele tolle Bilder. Es ist einfach, ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Review geworden. Ich hab mich sehr drüber gefreut. Ja, wieder mal ein kreatives Meisterwerk. Ähm, nicht, äh, nicht weniger unkreativ hat sich Justus, äh, mit der, äh, Sky... Nicht weniger unkreativ? Nicht weniger kreativ hat sich Justus, ähm, an die Lego Star Wars 75, 333, 333, 333, 333, 333, 333, 333, boah, was ist denn heute mit mir los? Äh, mein Gehirn ist völlig, wäh, 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 wäh. Lego Star Wars 75, 336, die Skütte, das Transportschiff des Großinquisitors, ähm, aus der Obi-Wan-Kenobi-Serie. Ja, warum auch immer ist das C übrigens stumm, also es heißt nicht Skütte, sondern Sütte. Nein, es heißt, Scythe. Ich weiß auch nicht, warum man das C nicht mit, ich hab am Anfang immer Skythe gesagt, aber es heißt wohl einfach Scythe. Ja, ich hab's aber ja komplett falsch ausgesprochen, von daher. Ob das überhaupt ist Mikrofon, weil ich halt gerade nicht mehr sprechen kann, deswegen hab ich's total verhunzt, extra. Ähm, Seif. Die Seife, ähm, äh, hat er auseinandergenommen, ne, eigentlich hat er sie zusammengebaut, ähm, ja. Und das hat er sehr, sehr schön verfolgt mit, ähm, äh, Bildern, Eindrücken, ähm, gerade die vielen Bilder sind halt wirklich, braucht man noch eine Bauanleitung, frage ich mich. So, das ist richtig cool gemacht, das ist, äh, ähm, schon sehr, sehr schön, was man da alles sieht. Ähm, und er hat's auch schön gegenübergestellt mit, ähm, verschiedenen Bildern und sowas. Es ist eine sehr, sehr umfangreiche, großartige, äh, Review und, ähm, ja, wir hatten das heute ja schon mal als, äh, Kommentar, ähm, äh, dass, äh, äh, Tobias, nee, war gar nicht Tobias, war Andreas, der schrobt, dass, ähm, äh, die Review von Justus nicht von denen der alten Hasen unterscheiden kann und, ähm, ja, das, also, der macht das wie die Großen. Ja, also, keine Frage, ähm, steht, also, macht auf jeden Fall bessere Reviews, als ich sie machen könnte, ähm, mit. Und deswegen. Was? Mit? Ja, ich auch, also, ich ziehe mit. Ja, Mein, bei mir war so ein Kartenspiel, ich war mal, sticht. Ja, ähm, also, wirklich eine, eine ganz tolle Review, ähm, vielen Dank da an Justus, der da auch so viel Zeit reingesteckt hat. Ähm, hierzu übrigens eine kleine Besonderheit, ich hab's extra unter dem Beitrag nachher noch drunter geschrieben, äh, das Set ist ja offiziell noch nicht im Handel und wir hatten jetzt hier die Chance, ähm, das vorab von JBS Spielwaren zur Verfügung, ähm, gestellt zu bekommen. Allerdings, ähm, eben nur, ähm, kostenlos, weil quasi JBS Spielwaren Review-Exemplare selbst als Händler bekommen von Lego und die, die an Kooperationspartner irgendwie weitergeben dürfen, aber sie dürfen sie natürlich nicht verkaufen. Das Problem ist, wir sagen ja, wir nehmen keine kostenlosen Review-Exemplare. Steht man jetzt hier ein bisschen doof da, ähm, wenn man die Chance halt mal hat, bei so einem Set, finde ich das auch ganz cool und vor allem, wenn's nicht direkt von Lego kommt, finde ich's auch weniger problematisch, ähm, und ich hab jetzt hier mir so überlegt, dass wir einfach die Kosten in Höhe der UVP des Sets an, ähm, Aktion Deutschland hilft spenden, ähm, um quasi das so zu simulieren, als hätte man das Geld ausgegeben, weil JBS Spielwaren dürfen wir's halt offiziell nicht geben. So, und das ist halt, ähm, ja, ich möchte nach wie vor dabei bleiben, dass wir keine kostenlosen Review-Exemplare nehmen und ich hoffe irgendwie, dass dieser Umweg da für alle jetzt, wo du das gesagt hast, nachvollziehbar und gut ist. Wird wahrscheinlich irgendwer sagen, ja, ähm, Spenden kann man doch von der Steuer absetzen. Ja, gut, ja, stimmt, das Spenden kann ich von der Steuer absetzen, aber ansonsten hätte ich das Set, äh, ja auch mit Rabatt kaufen können, das, äh, kommt dann ungefähr, deswegen hab ich direkt auf die UVP des Sets angenommen und nicht irgendwie ne, keine Ahnung, äh, mit einem 30% Abschlag oder so, also, ja, äh, gut, ich, ne, es ist ein Versuch, wenn das jetzt irgendwie, also bisher hat's, glaub ich, keiner kritisiert, wenn das irgendwie kritisiert werden sollte, dann kann ich mich da gerne mit den Argumenten auseinandersetzen, ähm, ich fand das irgendwie ne, ne Win-Win-Situation, einmal haben wir endlich mal vorab nochmal ein Review, ähm, wo wir nicht, also manchmal haben wir es ja auch geschafft, irgendwie wochenlang vorher durch irgendwelche Stores zu rennen und, ähm, äh, irgendwo mal zu früh ein Exemplar irgendwo kaufen zu können, weil Händler halt früher beliefert werden und die meisten Händler, ähm, die Offline-Stores haben oder die nicht so großen Händler, ähm, die stellen das einfach schon mal ins Regal und dann kann man was früher kaufen, so, aber, ähm, das war hier halt jetzt einfach, hat auch zeitlich bei mir nicht gepasst, deswegen haben wir jetzt diesen Weg mal gemacht, äh, ja, bin mal gespannt, wie das Feedback ist, äh, und wenn einfach keins kommt, dann gehe ich davon aus, Daumen hoch ist in Ordnung oder ist mir einfach egal, dann kann ich damit auch leben, ja, auf jeden Fall vielen Dank an Justus für das Review, es ist extrem toll, ich, äh, freue mich auf, äh, weitere Reviews, die da wohl möglich kommen werden. Oh ja, da freue ich mich auf drauf, ähm, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge, denn es gibt noch eine Rezension, wie immer zum Abschluss, äh, lesen wir die nämlich, äh, vor, ähm, die ist von Martin aus E, und er schreibt, und seine Fünf-Sterne-Review bei Apple, immer wieder ein Genuss, höre jede Woche euren Podcast und genieße jede einzelne Folge, genau die richtige Prise Humor, mein Lieblingsfolgentitel war übrigens, Ripsilong, der Hammer, hört sich an wie der Titel eines D-Movies, das Ripsilong kehrt zurück, macht weiter so, und bleibt so wie ihr seid, PS, Rick, du hast schon lange nicht mehr, Bienchen gesagt, ja, tatsächlich, äh, sehr selten, dass jetzt momentan Bienchen, äh, äh, vorkommen, ich bin mir aber fast sicher, dass man was Bienchen-ähnliches noch im Laufe des Jahres sehen wird. Ähm. Okay, na gut. Ich frage, ich frage einfach nicht weiter nach. Vielen Dank für die Bewertung an Martin aus E. Äh, immer wieder ein Genuss, auch eure Bewertung zu lesen, hat mich sehr gefreut. Ja. Gebt uns weiterhin fünf Sterne auf Spotify, ist glaube ich, mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist wichtiger als bei iTunes, aber, äh, auch da bitte, weil da kann man was dazu schreiben, dann können wir es vorlesen. Äh, dann haben wir auch quasi kostenlos Content von euch geliefert bekommen. Wir beuten unsere Leser, unsere Hörer hier wirklich einfach aus. Ähm. Ja, ich weiß nicht, ist momentan recht ruhig. Ich hätte gerne noch über mehr Themen gesprochen, aber so viele spannende Sachen gab es einfach nicht. Aber man muss auch sagen, wir genießen es vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mal etwas kürzer treten zu können. Die stressige Weihnachtszeit kommt noch früh genug. Ähm, ja. Äh, mein Problem ist, dass ich glaube, dass der August noch heißer wird als der Juli. Und ich habe den Juli nicht so gut verkraftet, wie ich das eigentlich mir gewünscht hätte. Ähm, und, äh, davor habe ich ein bisschen Angst. Deswegen von mir aus Sommerloch, äh, gerne, äh, mehr davon. Hä? Äh, äh, wir werden im August auch auf jeden Fall, wir haben es ja eben schon gesagt, wir werden im August auf jeden Fall auch eine kleine Sommerpause machen. Ähm, äh, und ein bisschen die, ja, irgendwie einen Urlaub, ohne allzu viel Stress vorher und währenddessen, äh, machen zu können. Und, ähm, ja, dann kann dann ja der Spielwareninvestor noch mal ein bisschen, der wird ja irgendwann wohl noch mal anfangen. Ich weiß ja nicht, wann die wieder vor haben, loszulegen. Ähm. Dauert gar nicht mehr so lange. Und es wird, es steht schon fest, wer sie auftauen wird. Ja, das habe ich bei Instagram gesehen, aber nicht spoilern. Das gibt sonst bestimmt Ärger. Ähm. Ich weiß es gar nicht. Ach so, ich weiß es auch nicht. Ich wollte nur sagen, äh, hätte sein können, du. Ich würde die für immer im, äh, äh, Karbonitblock lassen. Ja, schön. Ähm, jetzt wollte ich euch gerne sagen, wie viele Kilometer ich laut meinem Laufband gelaufen bin. Aber das Problem ist, es ist ja eben ausgegangen. Ja. Ähm, aber schon so sechs Kilometer. Also, weil ich habe jetzt 2,7 Kilometer wieder drauf. Ähm, und ich glaube, ich hatte eben... Das ist übrigens genau mein Bauchumfang. Sechs Kilometer. Nein, 2,7. Kilometer. Ja, gut. Ähm, ja, ich hatte eben auf jeden Fall über drei, ähm, also sechs, sieben, vielleicht sieben Kilometer, glaube ich, bin ich jetzt ungefähr gelaufen. Ähm, ich hoffe, es war jetzt gut. Ich habe gemerkt, auf jeden Fall, wenn ich, äh, zu lange Monologe führe, da muss ich sehr auf meine Atmung achten. Ja. Weil schon, ähm, der Puls ist so bei 90 ungefähr die ganze Zeit. Das ist zu viel und, äh, auch das, das Laufen an sich ändert ja ein bisschen so den Atemrhythmus. Ähm, und jetzt bin ich gerade auf, ja, vier Kmh, zwischendurch war ich auf viereinhalb. Ähm, das ist schwierig. Mit drei Kmh geht es besser. Ich glaube, wenn ich längere, also wenn ich merke, ich mache jetzt längere Monologe, dann muss ich runterfahren auf drei Kmh oder zweieinhalb Kmh und wirklich nur so ganz langsam vor mich hinschlendern. Äh, ich hoffe, es war trotzdem, trotzdem okay, wenn jetzt Leute sagen, oh Gott, das war ja ungenießbar, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann reduziere ich das irgendwie beim nächsten Mal. Ähm, schauen wir mal, wie lange, wie lange ihr mich hier noch untenrum laufend, ähm, erleben müsst. Ähm, aber aktuell, ich würde ja die Leute gerne influencen und sagen, ist ein super Ding, aber ich glaube, wenn man nicht irgendwie alleine in einem Büro sitzt, ist es auch wahnsinnig affig und nervt die anderen Leute. Ähm, das ist der Vorteil, wenn man irgendwie alleine da hockt, dann stört man keinen. Ich habe ja, äh, schon mal erzählt, dass Handwerker bei mir zugegen waren, wegen, ähm, warmen Wasserboiler, das wollte ich noch erzählen, der ist jetzt, äh, endlich drinnen und läuft auch wieder. Und das Ding ist, ich habe damals, als wir unseren letzten Boiler bekommen haben, ähm, da habe ich gesagt, der ist falsch angeschlossen, der funktioniert nicht so, wie er soll. und das hat mir keiner geglaubt. Und jetzt haben sie den genauso angeschlossen, wie den anderen und der funktionierte wieder nicht so, wie er soll. und dann habe ich so lange Terror gemacht, bis der Elektriker nochmal kam und alles nochmal überdacht hat, ähm, und nicht die, äh, Anschlüsse so übernommen hatte, wie der das, ähm, von dem alten Ding hatte und hat dann geguckt und dann hat er festgestellt, dass er tatsächlich nicht richtig angeschlossen war das letzte Mal. Und jetzt haben wir tatsächlich immer warmes Wasser, ohne die Schnellheizerfunktion, äh, dieses Gerät missbrauchen zu müssen, um überhaupt warmes Wasser zu bekommen. Ja, das ist doch gut. Das ist übrigens auch der Grund gewesen, warum das Teil so lang, so schnell kaputt gegangen ist, weil durch das Schnellaufheizen, äh, sich mehr Kalk absetzt, wenn du das regelmäßig machst. Okay, ja, verstehe. Und da es nur dadurch geheizt wurde, also wirklich, manchmal, ich könnte noch was erzählen, will, soll ich noch was erzählen? Ja, gut, ich glaube, wir haben jetzt, haben die zwei Stunden so gerade geknackt, äh, sag noch kurz. Ähm, ich habe mir jetzt, äh, in der Vertragsverlängerung, ähm, das neue iPhone, ähm, 13, ähm, besorgt. Ja, habe ich gesehen, habe ich auch, äh, hatte ich wieder das Wort Minimalismus in meinem Ohr klingeln, als ich es gesehen habe bei dir auf Instagram. Das Ding ist, ich habe mir das alte sofort verkauft. Ähm, also das ist schon weg, ähm, deswegen ist es ein 1 zu 1 Tausch im Prinzip gewesen, ähm, und ich hatte mich für das Pro-Modell entschieden, ähm, weil ich die besseren Kameras und das tollere Display gerne haben wollte. Und ich schwöre, ich habe die beiden Geräte nebeneinander gehabt, gehalten, das iPhone 11, was ich hatte, was kein Pro ist, und das, äh, ähm, iPhone, äh, iPhone 13 Pro Max, und ich habe auf diesem Display, obwohl das ein ganz, ganz viel besseres Display ist, eine bessere, ähm, Frequenz hat und alles, und toll und überhaupt, und OLED und deswegen die Schwarzwerte super, und, äh, äh, wenn du den Dark Mode anstellst, schaltest und die Stellen, die schwarz sind, sparen dann auch nochmal Strom, weil dann einfach gar kein, äh, äh, Strom durch diese, ähm, Pixel läuft, die schwarz sind und so. Aber ich habe den Unterschied nicht gesehen. Das Einzige, was ich bis jetzt wirklich, äh, für mich positiv empfunden habe, ist die Telekamera, ähm, die Ultra-Weitwinkel-Kamera soll auch deutlich besser sein, kann ich aber nichts zu sagen, habe ich beim alten nicht benutzt, und werde ich wahrscheinlich auch bei dem neuen nicht besonders benutzen, weil ich einfach diesen Fisheye-Look nicht mag. Ja, ich auch nicht. Ähm, soll aber für Makrofotografie noch ganz gut sein, da werde ich vielleicht nochmal ein bisschen, äh, rumprobieren, ob da, äh, sich was wirklich ergibt, ähm, aber wirklich, tatsächlich hat sich diese, dieser, dieses Upgrade überhaupt nicht gelohnt für mich eigentlich. So, bis auf die innenzusätzliche Kamera, war das halt, ich hätte, einfach beim iPhone 13 bleiben können, statt dem iPhone 13 Pro Max. Ich meine, wäre jetzt, mich nicht günstiger gekommen, deswegen, wäre das dumm gewesen, nicht das größtmögliche Modell zu nehmen. Aber dennoch, äh, bin, bin ich relativ überrascht. Das Ding ist aber, ich liebe ja Grün, Grün ist meine Lieblingsfarbe, und das Ding ist, äh, die, die Farbe nennt sich Alpine Grün, und es sieht so, äh, so nach einem frostigen Grün aus, und das ist halt wirklich schön. Also dieses, dieses Design von der, mit dieser Farbe, ist unfassbar cool, deswegen habe ich jetzt auch nur, äh, eine Panzer, äh, Folie auf dem Display drauf, und hinten gar nichts, weil ich das echt genießen will, dass das Ding so schön aussieht, wie es halt aussieht. Ja. Sonst habe ich immer eine Hülle drumherum gehabt, selbst wenn ich, äh, äh, Pro Light Reds gekauft habe, weil ich halt knallige Farben einfach liebe, ähm, ähm, und die, die, bis auf, ähm, diese Plastikbombe, die es mal gab, beim iPhone 5, glaube ich, ähm, das iPhone 5C, iPhone 5C, genau, ähm, ähm, habe ich, die, die Plastikbombe habe ich nie gehabt, deswegen, ja, gefällt mir sehr gut, ähm, optisch, aber den, den Aufwand, also das größere Ding zu kaufen, war für mich bis jetzt nicht nachvollziehbar. Also mein Tipp bei neuen Smartphones ist immer mindestens vier Jahre warten, dann lohnt sich das Upgrade meistens und dann merkt man auch wirklich so, oh, da hat sich ja doch was geändert in vier Jahren. Ich finde dieses jährliche Austauschen, da bist du immer so, ja, hier ist was ein Müh besser geworden, aber ich kriege es eigentlich gar nicht so richtig mit. Und nach vier Jahren ist so ein Handy in der Regel todeslangsam, Apps öffnen dauert ewig lang, ähm, und, äh, ja, ich bin dann froh, wenn es nach vier Jahren dann einen richtigen Geschwindigkeitssprung gibt, aber muss ich leider auch noch ein Jahr warten. Man muss tatsächlich, äh, erwähnen, noch an der Stelle, ähm, tatsächlich läuft Diablo, Resurrection, nee, wie heißt das? Egal, das ist ein Diablo, ein Game, das läuft ein bisschen flüssiger. Ja, gut, okay. Zocken ist besser. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier doch mal einen, äh, einen Cut dranne, ähm, und ich begebe mich dann mal ans Cutten derselbigen Podcast-Folge. Äh, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart, äh, bei, äh, Stormbox-Podcast-Folge 169. Benomme mich. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Katze! Katze! Jetzt können wir wieder spielen. Jetzt können wir wieder spielen. Ja! Kleine, Aua! Aua! Nicht so feste, nicht so feste. Ah! Süße Maus. Ich muss Stopp drücken. Gib mir mal die Maus. Nein, nicht die, lass die Maus. Vielen Dank.